Ja, dann heiße ich erstmal alle herzlich willkommen zum digitalen Fachdialog der Grünen Landtagsfraktion psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen Folgen der Corona-Pandemie in den Blick nehmen und wir starten unseren digitalen Fachdialog mit einem Grußwort vom Fraktionsvorstand der Grünen Landtagsfraktion, den Karl Bernhard von Heusinger, den ich auch herzlich begrüße und bedanke, dass er sich heute fürs Grußwort die Zeit genommen hat. Karl Bernhard, du hast jetzt das Wort. Ja, vielen Dank, lieber Fabian. Guten Abend, liebe Teilnehmenden, liebe Gäste. Guten Abend ins Internet. Dieser Fachdialog wird auf YouTube live übertragen. Ich hoffe, wir haben viele Gäste dort. Guten Abend zusammen. Ich freue mich, im Namen der Landtagsfraktion Sie begrüßen zu dürfen zu unserem ersten Fachdialog dieses Jahres. Die Fachdialoge sind uns wichtig, weil wir da mit Fachleuten zu verschiedenen Themen in Austausch kommen können. Unser heutiges Thema ist die psychische und genau die Frage der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Psyche von Kindern und Jugendlichen. Die Begrüßung wird gleich Josef Winkler. Auch der Gäste wird gleich Josef Winkler übernehmen. Ich möchte trotzdem ganz herzlich Katharina Binz, unsere Familienministerin, gerade begrüßen. Schönen guten Abend. Schön, dass du da bist. Und gleichzeitig ganz besonders freue ich mich, dass Lars Niklas Ludis da ist. Ein junger Autor, der ein Tagebuch über Erfahrungen in der Corona-Pandemie geschrieben hat. Näheres wird gleich noch erläutert. Wir hören noch eine Lesung. Ich freue mich da sehr drauf. Bin sehr gespannt. Die Corona-Pandemie hat von Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien auch in Rheinland-Pfalz viel abverlangt. Quarantäne für Grundschulkinder, gestrichene Ausflüge der Kita-Gruppen, Abi-Schreiben mit Maske. Die leider notwendigen Maßnahmen sind für unsere Kleinsten und Schwächsten der Gesellschaft eine Zumutung. Heute wissen wir, dass sich die Corona-bedingten Einschränkungen massiv auf die kognitive, psychische, motorische und soziale Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und damit auf deren Familien auswirkt. Die Folgen werden auch dauerhaft noch zu spüren sein. Ich selbst muss sagen, ich habe zwei Kinder, zwei Teenager, die sich ganz unterschiedlich in der Corona-Pandemie verhalten haben. Aber bei beiden hat das deutlich was gemacht mit denen und deswegen bin ich auch so gespannt auf den Abend heute und wo ich mich da in meiner Familiensituation wiederfinde. Die Pandemie ist noch nicht zu Ende und besonders für junge Menschen eine Ewigkeit in ihrer Lebensrealität. Wir werden heute einiges über die psychischen und entwicklungstechnischen Aspekte der Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche hören. Einiges wurde dazu geforscht. Das Familien- und Jugendministerium hat dazu übrigens bundesweit beispielhaft eine eigene Studie in Auftrag gegeben. Kinder und Jugendliche sind aktuell selbst mit am häufigsten von der Infektion betroffen. Tausende sind positiv getestet oder in Quarantäne und auch wenn der medizinische Erkenntnisse zeigen, dass Kinder und Jugendliche weniger schwer am Virus erkranken, so ist auch immer zu berücksichtigen, dass es auch unter den jüngsten Risikogruppen gibt. Hinzu kommt die Ungewissheit über mögliche Langzeitfolgen. Wir als Grüne Landtagsfraktion geben dem Thema gestärkt aus der Krise Kinder und Jugendliche in den Mittelpunkt einen Schwerpunkt für die kommenden Monate. Ich erinnere an das Frühjahr 2020, als unsere damalige Familienministerin und heutige Bundesfamilienministerin Anders Spiegel als erstes mit durchgesetzt hat, dass die Spielplätze in Rheinland-Pfalz geöffnet werden konnten. In den Sommerferien gab es dann Unterstützung für Freizeitprogramme, ebenfalls auf unsere Initiative hin. Kinder und Jugend und Familie brauchen eine starke Lobby, aktuell mehr denn je. Sie sind bei uns immer im Fokus unserer Politik im Land und wir als Grüne Landtagsfraktion werden das Thema umfangreich weiter begleiten und sind gespannt auf die Inputs der ExpertInnen- Beiträge hier und heute. Darauf aufbauen werden wir Anliegen zum Wohle der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen aufgreifen und für parlamentarische Initiativen für konkrete Maßnahmen in den Blick nehmen. Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Veranstaltung und freuen uns auch weiterhin mit Ihnen im Dialog zu bleiben und jetzt erst mal freuen wir uns auf die Veranstaltung. Vielen Dank an alle Teilnehmer und insbesondere auch an unsere Gäste auf dem virtuellen Podium. Viel Spaß heute Abend. Ja, vielen Dank Karl Bernhard. Und jetzt darf ich auch schon ans nächste Grußwort übergeben an das Grußwort von unserem gesundheitspolitischen Sprecher aus der Grünen Landtagsfraktion, dem Josef Winkler. Josef, du hast jetzt das Wort. Ja, vielen Dank Fabian. Ich will ein paar Fakten noch vorstellen aus den Koalitionsverträgen von Land und Bund. Wir sind ja in beiden zu Beginn der Wahlperiode und auch auf eine Studie hinweisen, die, glaube ich, ganz interessant ist. Wir haben uns in der Landtagsfraktion auch in der vergangenen Legislaturperiode mit diesem Thema befasst. Da war ich noch nicht Abgeordneter, aber ich bin ja bis lesens mächtig. Und da hatten wir eine ausführliche große Anfrage zum Thema psychische Gesundheit in Rheinland-Pfalz, Bestandsaufnahme und Versorgung gestellt. Und da war ein großer Schwerpunkt auch auf der Versorgung von Kindern und Jugendlichen gelegen. Dazu und auch generell sind wir zu dem Thema in gutem Austausch mit der Landespsychotherapeutenkammer, was sich heute ja wieder bestätigt. Wir haben im Landeskoalitionsvertrag festgehalten, das zitiere ich jetzt, offener Umgang mit psychischen Erkrankungen. Wir werben für einen offenen Umgang mit psychischen Erkrankungen. Wir werden einen ressortübergreifenden Aktionsplan und seelische Gesundheit erarbeiten. Ziel ist es, Unterstützungsangebote sichtbar zu machen und zu einer Enttabuisierung des Themas in der Gesellschaft beizutragen. Wir wollen durch gezielte Aufklärungsarbeit und bessere Integration von chronisch psychisch Erkrankten die Stigmatisierung psychischer Erkrankungen durchbrechen. Psychisch erkrankte Menschen müssen schneller psychiatrische oder psychotherapeutische Behandlung bekommen. Dafür wollen wir die Versorgungsstruktur insbesondere für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene weiter verbessern. Es bleibt anzumerken, das Zitat endet hier. Leider haben wir auf Landesebene nur bedingt Einfluss auf die Bedarfsplanung in der Psychotherapie. Viele Rahmenbedingungen werden ja hier auf der Bundesebene gesetzt und die grünen Kolleginnen im Bundestag haben vieles an der Politik der vorherigen Bundesregierung kritisiert, was uns dazu bringt, dass wir guter Hoffnung sind, dass sich hier mit der neuen Bundesregierung einiges ändern wird. Im Koalitionsvertrag der Bundesampel wurde dazu Folgendes festgehalten, zitiere, wir starten eine bundesweite Aufklärungskampagne zur Entstigmatisierung psychischer Erkrankungen. Wir reformieren die psychotherapeutische Bedarfsplanung, um Wartezeiten auf einen Behandlungsplatz, insbesondere für Kinder und Jugendliche, aber auch in ländlichen und strukturschwachen Gebieten deutlich zu reduzieren. Wir verbessern die ambulante psychotherapeutische Versorgung, insbesondere für Patienten mit schweren und komplexen Erkrankungen und stellen den Zugang zu ambulanten Komplexleistungen sicher. Die Kapazitäten bauen wir bedarfsgerecht, passgenau und stärker koordiniert aus. Im stationären Bereich sorgen wir für eine leitliniengerechte psychotherapeutische Versorgung und eine bedarfsgerechte Personalausstattung. Die psychiatrische Notfall- und Krisenversorgung bauen wir flächendeckend aus. Da endet das Zitat. Aktuelle Studien zeigen uns, dass gerade durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie die psychischen Belastungen von Kindern und Jugendlichen zugenommen haben. Unter anderem hat das Robert-Koch-Institut in einem Review die ersten Erkenntnisse verschiedener Studien und Befragungen zusammengetragen. Die sogenannte COPSI-Studie der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf gibt unter anderem erste wichtige Hinweise bezüglich der Auswirkungen der Pandemie auf die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, die ja auch Herr von Heusinger eben angesprochen hat. Die Online-Befragung erstreckte sich über zwei Erhebungszeitpunkte. Die erste Befragung war im Mai, Juni 2020 und die Folgebefragung im Dezember 2020, Januar 2021. Mehr als 1.011- bis 17-jährige Kinder und Jugendliche sowie 1.500 Eltern von 7- bis 17-Jährigen nahmen teil. Schwerpunktthema war die subjektive Wahrnehmung der psychischen Gesundheit der Kinder und Jugendlichen nach knapp einem Jahr mit der Pandemie. In Kürze ein paar weniger Ergebnisse. 85 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen fühlen sich durch die Bedingungen der Pandemie belastet. Bei der ersten Befragung waren es noch 71 Prozent. Über 70 Prozent geben eine geminderte Lebensqualität an, bedeutet weniger Energie, fühlen sich weniger fit und wohl, schlechtere Konzentrationsmöglichkeit. Die allgemeine psychische Belastung sei gestiegen. Knapp jeder Dritte fragte, zeigt heute Anzeichen einer psychischen Belastung auf. Vor der Pandemie waren es knapp 20 Prozent. Jüngere Kinder bis sieben Jahre sind etwas stärker betroffen als ältere Kinder und Jugendliche. In dieser Befragung, die Kinder und Jugendlichen geben eine Zunahme von spezifischen Belastungen wie Sorgen und Ängste, Zukunftsängste, allgemeine Ängstlichkeit und Unsicherheit, Versagensängste, Befürchtungen, die Freundschaften betreffen an. Auch psychosomatische Beschwerden, 30 Prozent Bauchschmerzen, über 40 Prozent Kopfschmerzen, über 40 Prozent Niedergeschlagenheit, haben sich nach den Angaben der Kinder und Jugendlichen über den Erhebungszeitraum, den ich genannt habe, fast verdoppelt. Und zu guter Letzt eine Online-Befragung im Auftrag des hiesigen Familienministeriums, an der rund 5.500 junge Menschen von Mitte März bis Mitte April 2021 teilgenommen haben, bestätigt die Befunde unter anderem in Bezug auf Sorgen mit Blick auf die Zukunft, welche Unsicherheiten bezüglich der Bildungschancen oder auch welche Unsicherheiten bezüglich der Bildungschancen oder auch Berufs- und Karrierechancen auslösen und damit psychische Belastungen verstärken. Ja, Sie sehen, das ist ein weites Feld und es wird schon einiges geforscht, aber wir leiten jetzt quasi in die Praxis über und das macht der Fabian, indem er unsere Gäste, die ich auch herzlich begrüße, vorstellt. Ja, vielen Dank, Josef, auch für dein Grußwort und auch schon zum Hinleiten der Problematik. Ich kann auch schon an alle Zuschauer und Zuschauerinnen da draußen sagen, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zwar einmal über die Chatfunktion beim YouTube-Video oder auch über die Kommentarfunktion auf der Homepage der Grünen Landtagsfraktion, wo wir auch eine extra Rubrik heute für den Fachdialog eingerichtet haben. Jetzt komme ich aber zu unseren Gästen, die wir heute begrüßen dürfen bei uns und möchte die auch vorstellen, natürlich. Und als allererstes begrüße ich ganz herzlich unsere Familienministerin Katharina Binz. Sie ist jetzt stellvertretende Ministerpräsidentin in Rheinland-Pfalz, war von 2017 bis 2021 auch grüne Landtagsabgeordnete und ist jetzt seit März letzten Jahres Familienministerin, nein, seit Mai letzten Jahres Familienministerin in Rheinland-Pfalz und holte bei der letzten Landtagsfall auch das erste grüne Direktmandat in Rheinland-Pfalz. Auf ihrer Homepage steht, ich lebe mit meinem Mann und unserer Tochter in der Mainzer Neustadt mit allen Freuden und Problemen, die das Familienleben zweier berufstätiger Eltern so mit sich bringt. Das heißt, Katharina kann auch aus der Praxis des Familienlebens berichten. Ich begrüße auch ganz herzlich Sabine Maurer. Sie ist die Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer in Rheinland-Pfalz seit 2018 und war davor auch schon im Vorstand der Landespsychotherapeutenkammer und sie ist niedergelassene psychologische Psychotherapeutin mit den Zusatzqualifikationen Kinder- und Jugendpsychotherapie. Sie ist auch noch Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung und wir sind als grüne Landtagsfraktion auch mit ihr immer im regen Austausch, nicht erst jetzt, seitdem wir uns verstärkt mit dem Thema Kinder und Jugend in der Corona-Krise beschäftigen. Ich begrüße darüber hinaus ganz herzlich Lars Ludis. Er, Lars Ludis, hat während der Corona-Pandemie im ersten Lockdown 2020 das Abitur am Friedrich-Späh-Gymnasium in Trier absolviert und währenddessen seine Erlebnisse, die er auch im Lockdown gemacht hat, in einem Roman verschriftlicht. Das Buch heißt Verdürrt, Tagebuch eines Jugendlichen 2020 und mit diesem Buch verarbeitet Lars seine Erlebnisse und aber auch seine, von sich und seinen Freunden und das große Thema des Buches ist auch die Einsamkeit in der Pandemie durch die Lockdowns. Lars sagt, das Wasser ist damals der Jugend entzogen worden, es herrscht Angst und es gibt nicht mehr wirklich das, was man Jugend nennt, das hat nicht mehr wirklich gelebt. Unser letzter Gast ist Fred Konrad. Er ist Arzt für Kinder- und Jugendmedizin in Kusel mit einer eigenen Praxis seit 2004, aber auch Facharzt im sozialpädiatrischen Zentrum der Reha Westpfalz für kommunisches Gemeinschaftswerk Pfalz. Fred Konrad war auch von 2011 bis 2016 grüner Landtagsabgeordneter im Landtag von Rheinland-Pfalz und damals Vorsitzender des Ausschusses für Integration, Familie, Kinder und Jugend und er war Sprecher für Soziales, Gesundheit, Pflege, Inklusion, Leben im Alter, Demografie und Kirchenpolitik. Genau, das sind unsere Gäste, die wir heute Abend begrüßen und wir fangen jetzt auch schon direkt mit der Vorstellung an und mit einem Eingangsstatement von Sabine Maurer, Präsidentin der Landespsychotherapeutenkammer, die uns auch dazu eine eigene Präsentation mitgebracht hat, um auch mal auf die Thematik und die Problematik hinzuwirken. Sabine, du hast jetzt das Wort. Ja, vielen Dank und guten Abend an alle. Ich freue mich über das Interesse. Ich gebe mal die Präsentation parallel frei, damit ich direkt starten kann. Könnte ich kurzes Feedback haben, ob sie zu sehen ist? Alles klar. Ich bin ja schon vorgestellt worden und würde deshalb auch mitten reingehen. Das ist eine Aufnahme von Twitter, weil die das sehr schön zusammenfasst, finde ich, was die psychische Gesundheit angeht, nämlich, dass die Diskussion um einzelne Maßnahmen, zum Beispiel Schulschließungen versus keine Schulschließungen, einfach der Komplexität der Sache überhaupt nicht gerecht wird, sondern der Mittelteil ist entscheidend, was Sie hier sehen. Die Kinder und Jugendlichen leiden deshalb, weil sie eine Pandemie durchleiden müssen und mit und unter all dem leiden, was diese Pandemie insgesamt mit sich bringt. Und das würde ich gerne mit Ihnen gemeinsam kurz angucken. Was sind so die wichtigsten Einflussfaktoren? Und da sieht man schon die Riesenkomplexität. Ich fange mal oben an, nämlich mit Covid-19 selber. Natürlich auch die Sorge, selber zu erkranken. Das hat jetzt sicher noch mal erheblich zugenommen und ist ja auch eine ganz realistische Sorge jetzt durch die Omikron-Situation. Und eben nicht nur selber zu erkranken, sondern dann auch Familienmitglieder, insbesondere vielleicht auch ältere oder kranke Familienanhörige anzustecken. Es gibt Kinder und Jugendliche, die Todesfälle in der Familie wegen Corona erleben mussten. Man kann natürlich sowieso Krankheitsängste haben und natürlich ist auch die Frage, was ist eigentlich mit Long-Covid? Wir haben noch keine richtig gute Datenlage dazu, aber es kann eben auch nicht ausgeschlossen werden. Also das ist sozusagen der einfach mal kurz zusammengefasst, was die Erkrankung selber mit sich bringt. Dann natürlich die Einschränkungen. An erster Stelle sicher auch das, was der Schulausfall oder die eingeschränkte Beschulung mit sich gebracht hat. Auch die für die meisten Familien vollkommen neue Situation des Homeschoolings, auf die ja auch keiner vorbereitet war. Viele Jugendlichen haben da beklagt, dass es ihnen unheimlich schwer gefallen ist, selber eine Tagesstruktur natürlich hinzukriegen, die schulischen Sachen zu strukturieren. Aber was eine ganz wesentliche Belastung ist, übrigens auch verbunden mit dem Schulausfall, ist natürlich einfach, dass man seine Freundinnen nicht mehr sehen konnte. Also man sollte an der Stelle vielleicht auch das Lernen in der Schule nicht überschätzen, sondern wirklich auch die sozialen Aspekte, die Schule mit sich bringt. Und eine zweite, ja nun auch schon sehr lang andauernde Einschränkung ist nämlich die, dass viele Freizeitaktivitäten für Jugendliche nicht stattfinden konnten oder nur sehr eingeschränkt. Und das ist in dem Alter eben noch deutlich wichtiger als im Grunde für uns Erwachsene. Ich gehe da auch später nochmal drauf ein. Und die familiären Situationen ist eben mit betroffen, die Familien als solche. Auch das würde ich gleich nochmal etwas ausführen. Ja und als dritten Punkt haben wir eben eine ganz neue und jetzt schon sehr lang andauernde gesellschaftliche Situation. Auf einmal sind wir alle sehr stark betroffen mit Dingen wie Gesundheitspolitik oder auch Schulpolitik. Und ich erlebe von den Jugendlichen sehr häufig die Rückmeldungen, dass die das natürlich durchaus genau verfolgen, was da passiert und was auch schulpolitisch mit ihnen passiert. Das große Thema sind die Hygienekonzepte an den Schulen ausreichend oder nicht. Auch das ist sehr heterogen und wird von Jugendlichen sehr genau verfolgt. Wie hat zum Beispiel auch die digitale Beschulung geklappt? Auch hier sehr heterogene Erfahrungen. Und ein Punkt, der auch immer wieder eine Rolle spielt, ist, wir sind auf einmal alle konfrontiert mit einer gewissen Anzahl von Menschen, die eben Corona leugnen oder verschwörungstheoretisch unterwegs sind. Und das spiegelt sich eben teilweise in den Familien wieder. Also wo wir Jugendliche haben, wo ein Elternteil beispielsweise sagt, das ist alles übertrieben, das gibt es nicht, ich lasse mich nicht impfen. Und das ist eine Belastung für Jugendliche, die man nicht unterschätzen sollte. Und der vierte wichtige Aspekt, der glaube ich auch für uns alle gilt, ist einfach diese unglaubliche Dauer dieser Pandemie. Also viele einzelne Dinge, die ich hier aufgezählt habe, würde man psychologisch ganz gut aushalten können, wenn es zeitlich beschränkt wäre. Aber wir sind jetzt zwei Jahre damit befasst und es ist nicht so recht ein Ende in Sicht. Und das macht einfach müde und es macht erschöpft und manchmal auch wütend. Ich will kurz noch mal darauf eingehen, was auch die familiären Auswirkungen sind. Ja, denn je besser es einer Familie geht, desto besser geht es in der Regel auch ihren Kindern. Also hier haben wir einen direkten Zusammenhang. Und es gibt Eltern, die erhebliche wirtschaftliche Probleme haben durch die Pandemie. Es ist natürlich ein Betreuungsproblem sofort da gewesen oder kommt jetzt auch wieder verstärkt, weil eben Beschulung und Kindergarten nicht mehr so funktionieren im Moment. Auch einmal hockt man zu Hause, alle zusammen, vielleicht auch den ganzen Tag. Also das ist schon eine erhebliche Gesamtbelastung für Familien. Und ich möchte kurz noch auf eine Sache eingehen, die Sie unten links sehen, was nämlich die Jugendlichen angeht. Es ist ja nicht nur so Hobbys wie Sport oder Musik machen, sondern es geht auch darum, natürlich die soziale Entwicklung, die im Jugendalter stattfindet. Und da geht es eben darum, auch Beziehungen einzugehen. Da geht es darum, Sexualität zu entdecken, sich von den Eltern zu lösen. Und der Zeitraum für diese super wichtigen Entwicklungsschritte ist eben nicht beliebig, sondern der ist eben mit 16, 17, 18, 19, sodass die Belastung für Jugendliche sehr viel größer ist als für uns Erwachsene, wenn man sagt, wir können mal nicht auf Partys oder auf Veranstaltungen gehen. Und entsprechend, ich habe hier versucht, eine Zusammenfassung der empirischen Befunde zu machen. Josef Winkler hat eben schon die COPSI-Studie angesprochen. Die Studienlage ist immer noch nicht so super gut, aber wir haben mal so die wichtigsten Sachen zusammengefasst, die auch einigermaßen verlässlich darstellbar sind. Nämlich, dass wir eine deutlich erhöhte psychische Belastung bei sehr vielen Jugendlichen geschildert bekommen. Ich habe es schon gesagt, Nummer Einspunkt für viele, die reduzierten Sozialkontakte. Lars hat eben schon gesagt, die Einsamkeit, die eben viele schildern, das ist auch etwas, was wir sehr oft hören. Reduzierung der Hobbys, positive Aktivitäten, dann die schulischen Belastungen, mehr Stress in den Familien und eben eine Belastung durch mögliche Krankheits- und Todesfälle in den Familien. Das ist der große Teil der Jugendlichen. Und dann gibt es eben eine Untergruppe, und da kommen wir jetzt mehr so in den psychotherapeutischen Bereich auch, wo wir tatsächlich eine Zunahme von psychischen Erkrankungen sehen bei Kindern und Jugendlichen, und zwar insbesondere von Angsterkrankungen, von depressiven Störungen und von Verhaltensproblemen bei jüngeren Kindern. Es wird teilweise auch aus dem stationären Bereich gemeldet, eine Zunahme von Essstörungen. Und wir merken das auch deshalb in den Praxen. Also ich bin gerade auch in meiner Praxis hier durch eine deutlich erhöhte Nachfrage nach Psychotherapie. Wir haben vor der Pandemie schon ein Problem gehabt mit relativ langen Wartezeiten. Und das ist eben noch mal stärker nachgefragt. Und es gibt vermehrt stationäre Aufenthalte in den Kinder- und Jugendpsychiatrien. Wir haben sogenannte Lebensstiländerungen, wie zum Beispiel in der COSMOS-Studie auch dargestellt, nämlich deutlich weniger Bewegung durch alle Altersklassen, aber insbesondere auch bei den Kindern und Jugendlichen. Damit korreliert mehr Süßigkeiten, Gewichtszunahme ist ein Thema, wird Herr Konrad vielleicht noch darauf eingehen. Und was signifikant zugenommen hat tatsächlich, ist, dass die Kids einfach mehr vom Rechner oder vom Handy hängen und damit einhergeht, häufig auch ein Problem, dann gut schlafen zu können. Ich möchte aber auch noch darauf hinweisen, dass nicht alle Kinder selbstverständlich psychisch belasteter sind, sondern wir haben auch zumindest zu Beginn der Pandemie eine Entlastung für manche Kinder gesehen. Die konnten zum Beispiel mehr Zeit mit ihren Familien verbringen. Und es gibt eben auch Kinder, die es entlastet, wenn sie nicht mehr zur Schule gehen müssen. Das Fazit ist, dass wir viele Belastungsfaktoren haben, dass das aber im Grunde unglaublich heterogen ist. Für wen ist was genau belastend? Und wie können einzelne Kinder und Jugendlichen damit umgehen? Und das macht auch das politische Management dieser Pandemie sicher zu so einer großen Herausforderung, diese riesen Heterogenität. Und viele Psychotherapeutinnen und Psychologinnen haben gerade eine aktuelle Stellungnahme rausgebracht, auch nochmal zu sagen, eben wir müssen Infektionsschutz und psychische Gesundheit natürlich gemeinsam denken. Und ich möchte auf den zweiten Satz aber auch besonders hinweisen, dass je länger eben dieser psychosoziale Stress andauert und je ausgeprägter der ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit eben für psychische und körperliche Folgeerkrankungen. Wer ist besonders betroffen? Es ist ein sehr starker familiärer Effekt da. Die Familien sind selber schon sehr unterschiedlich belastet. Und das ist, wie so oft muss man sagen, da ist die Pandemie nichts Neues, eben ganz stark abhängig von den Ressourcen, die eine Familie hat, nämlich von den sozialen Ressourcen. Wie kann man emotional Dinge abfangen? Und natürlich auch, welche finanziellen Möglichkeiten hat man zur Verfügung? Sehr heterogen ist auch die Belastung der Eltern. Es gibt sehr verunsicherte und ängstliche Eltern. Es gibt Eltern, die das ganz anders sehen. Auch das ist sehr, sehr heterogen. Und besonders schwer haben es wieder die Menschen und Familien mit geringen Ressourcen. An allererster Stelle die Kinder aus armen Familien. Es ist schon mehrfach jetzt genannt worden, diese wirklich tolle Studie des Familienministeriums. Und was Sie hier sehen, ist die roten Balken. Das sind die Kinder, die sagen, meine Familie hat nie genug Geld zum Leben. Also wo wir sagen, arme Familien. Und Sie sehen das, diese Sorgen, also Ausbildungsplatz zu verlieren, finanzielle Schwierigkeiten noch mehr zu bekommen, Einschränkungen des Lebens. Dass das alles besonders hoch ausgeprägt ist bei den Kindern, die in armen Familien aufwachsen. Und auch das ist ja häufig korreliert eben mit zum Beispiel beengten Wohnverhältnissen. Übrigens auch unzureichende technische Ausstattung, was Online-Schooling angeht. Kinder aus Familien mit Migrationshintergrund sind häufig stärker betroffen. Und dann natürlich unabhängig jetzt von diesen Kriterien eben Kinder aus Familien, wo sowieso schon viele Konflikte und Probleme sind. Wir haben eine Zunahme von Anfragen in der Jugendhilfe. Wir haben eine Zunahme von Anfragen bei Beratungsstellen und Telefonen, Hotlines, die auf erhöhte familiäre Gewalt hinweisen. Dann haben die Familien es schwerer, wo die Kinder eine körperliche Grunderkrankung bereits haben und damit auch einfach Covid gefährlicher sein kann. Oder auch Kinder mit ADHS oder Autismus-typischen Symptomen. Und wir sehen in den Praxen auch ganz deutlich, dass die Kinder, die schon psychisch vor Corona belastet waren, es jetzt einfach doppelt schwer haben. Auch unsere Therapien sind teilweise eingeschränkt, weil wir bestimmte Interventionen so gar nicht durchführen können. Es ist auch die psychosoziale Entwicklung oder Förderung schwierig. Es können beispielsweise keine Praktika gemacht werden. Also die ganze Phase der Berufsfindung ist deutlich eingeschränkt bei den Jugendlichen. Ja, und als letzte Folie, was sehen wir auf der Versorgungsseite, was aus unserer psychotherapeutischer Sicht wichtig wäre? Die ersten Punkte habe ich schon genannt. Das zielt eher auch so auf die schulische Situation ab. Wir brauchen tatsächlich einen Ausbau der psychotherapeutischen Versorgung. Josef Winkler hat schon gesagt, was in den Koalitionsplänen steht, was wir natürlich sehr begrüßen und hoffen, dass das zeitnah auch umgesetzt werden kann. Ganz wichtig, Ausbau von schulischer Unterstützung, insbesondere Schulsozialarbeit, Schulpsychologie. Dann gemeindennah psychosoziale Unterstützungsangebote und auch Ausbau von Jugendhilfeangeboten. Ja, und als letzten Punkt muss man sich natürlich auch fragen, was kommt mit Long-Covid auf uns als Gesellschaft zu? Und hier brauchen wir auch für Kinder- und Jugendliche spezifische Versorgungsangebote. Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Mauer, für Ihren sehr wertvollen Input und auch die wirklich fundierte Präsentation. Ich würde jetzt direkt übergehen zum ersten Statement von Katharina Binz, unserer Familienministerin, und ihr auch die Möglichkeit geben, mal darzustellen, was das Land Rheinland-Pfalz, die Landesregierung in der Corona-Pandemie bis jetzt gemacht hat, aber was auch noch bevorsteht, um die Auswirkungen eben auf Kinder und Jugendliche auch zu kompensieren. Katharina, du hast das Wort. Ja, vielen Dank, lieber Fabian. Auch von mir ein Hallo in die Runde. Ich freue mich wirklich, dass ich hier heute Abend dabei sein darf und dass auch so eine gut zusammengesetzte Runde diskutiert, mit unterschiedlichen Perspektiven, die eingebracht werden. Und ich finde, das war jetzt eben schon ein sehr guter und strukturierter Auftakt ins Thema von der Frau Mauer. Ja, ich werde natürlich jetzt mich vor allen Dingen auf das beschränken, was unser Ministerium geleistet hat in den letzten zwei Jahren. Ich glaube, wenn ich jetzt alle die gesamte Corona-Politik der Landesregierung darstellen würde, dann würden wir ein bisschen lang hier sitzen. Deswegen will ich einfach mal versuchen, so ein paar Schlaglichter darauf zu legen, welchen Kurs wir auch gefahren sind in den letzten zwei Jahren. Es ist ja auch in den Eröffnungsworten schon einiges dazu gesagt worden, was auch meine Vorgängerin, die Anne Spiegel, angestoßen hat und was auch umgesetzt worden ist. Unsere Jugendbefragung ist eben auch schon angesprochen worden, aber dazu eben mehr. Ich glaube, ganz wichtig war, dass das zu einem relativ frühen Zeitpunkt, also da muss man aber auch einschränkend dazu sagen, es waren nicht die ersten Wochen des ersten Lockdowns. Ich glaube, die ersten Wochen des ersten Lockdowns waren ja, wenn man sich so zurückerinnert, geprägt davon, dass alle erst mal versuchen mussten zu erfassen, was da gerade für eine Situation auf uns zukommt und wie man das überhaupt handelt. Und ich sage mal so, nach diesen ersten Schockwochen, war es aber schon so, dass Kinder, Jugendliche, Familien in den Blick genommen worden sind und man dann eigentlich angefangen hat, sich auch die damals erlassenen Beschränkungen, eben ist dieses Stichwort Spielplätze gefallen, noch mal anzugucken, was das eigentlich für Kinder und Jugendliche bedeutet und ob das überhaupt verhältnismäßig ist, Spielplätze mit Flatterband abzusperren oder ob man nicht an der Stelle eigentlich sagen muss, das steht in keinem Verhältnis. Und den Kurs hat man dann fortgeführt und eigentlich immer versucht, sozusagen auch die Corona-Verordnung des Landes, und ich meine, es sind mittlerweile 29, immer darauf abzuklopfen, was haben eigentlich diese Regelungen für Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche. Es wurde natürlich dann besonders spannend, als wir dann im letzten Jahr auch in die Situation kamen, dass immer größere Teile der Bevölkerung geimpft worden sind, wir aber gleichzeitig noch keinen zugelassenen Impfstoff hatten für Jugendliche, für Kinder. Das ist ja dann alles erst im Nachhinein gekommen, um dann zu schauen, okay, es muss einfach vom Grundsatz klar sein und es war in Rheinland-Pfalz auch immer klar, solange Kinder und Jugendliche nicht geimpft werden können, können sie daraus auch keinen Nachteil haben. Also im Prinzip zu sagen, Corona-Verordnungen müssen immer so geschrieben sein, dass es Ausnahmeregelungen gibt für Kinder und Jugendliche. Und im Nachgang sogar muss man auch sagen, ich finde, es gibt viel zu kritisieren an der STIKO, aber eine Feststellung, die sie getroffen hat, die finde ich sehr richtig, nämlich die war, dass man für Kinder und Jugendliche eine Impfung nicht zur Vorbedingung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben machen kann. Und auch das ist eigentlich immer sehr konsequent auch umgesetzt worden in den Landesverordnungen von Rheinland-Pfalz. Und das wird auch weiterhin so gemacht werden. Und dann war natürlich auch immer zu schauen, dass wir die Corona-Verordnungen so stricken, dass Angebote, und jetzt bin ich ja, wir sind ja vor allem für die außerschulischen Angebote zuständig, für Kinder und Jugendliche auch möglich sind und auch praktikabel ermöglichbar sind. Das ist ja bis heute leider ein bisschen ein Problem, dass nach wie vor in vielen Bereichen auch so ein Gefühl vorherrscht, die Sachen werden nach wie vor alle geschlossen oder müssten alle geschlossen sein. Wir haben eigentlich immer viel Wert darauf gelegt, dass es nach Corona-Verordnungen ermöglicht ist, also dass wirklich auch in der Corona-Verordnung klargestellt ist, welche Angebote für Kinder und Jugendliche auch machbar sind und auch die Regelungen so zu stricken, dass sie dann auch in der Praxis auch wirklich sein können. Und haben eben auch immer geguckt, dass auch wir das unterstützen bei den Veranstaltern, bei den Trägern von solchen Angeboten, dass sie das auch möglich machen können. Wir haben zum Beispiel eine Regelung, dass wir für die Jugendverbände Tests mitfinanzieren, damit sozusagen auch ein Testregime bei solchen Veranstaltungen herrschen kann und die Veranstalter nicht noch diese extra Kosten zu tragen haben. Also das ist sozusagen auch dann das Nächste, was wir versucht haben, der große Strang, das ist wirklich zu versuchen, Angebote zu machen. Also wirklich so viel auf die Beine zu stellen oder zu fördern und zu unterstützen, dass wirklich auch Sachen dann stattfinden, an denen Kinder und Jugendliche auch teilnehmen können. Da ist natürlich ganz viel passiert über das Programm der Bundesregierung, aufholen nach Corona, was ja einen Strang hat im Bildungsbereich, also im Schulbereich und einen Strang dann auch im außerschulischen Bereich. Da haben wir eben immer geguckt, dass wir das Geld, was wir da vom Bund Gott sei Dank zur Verfügung gestellt bekommen haben, auch in die Bahnen lenken, dass diese Angebote dann auch wirklich stattfinden können. Wir haben eben geschaut, dass wir die Förderung verbessern des Landes für Jugendfreizeiten, für Ferienprogramme, für Zeltlager und so weiter und so fort. Und gleichzeitig haben wir auch, aber das ist ein etabliertes Programm in Rheinland-Pfalz, es gibt es schon lange, die Familienerholung. Also, dass wir wirklich Familien, die wirklich geringes Einkommen haben, einen sehr, sehr großzügigen Zuschuss geben zu einer Familienerholung, also eine Art Urlaub, sage ich jetzt mal, in Familienferienstätten, in Jugendherbergen. Und dieses Programm haben wir natürlich dann auch noch mal erweitert, damit auch an der Stelle noch mal besonders viele Familien davon profitieren können. Ich habe es eben schon angetextet, der dritte Strang ist wirklich, die Strukturen zu unterstützen, damit die uns auch, weil die natürlich pandemiebedingt auch betroffen sind. Also, das ist eben auch was, was ganz früh in der Pandemie passiert worden ist. Passiert ist die bestehenden Strukturen, die vor allen Dingen ja auch freie Träger sind, auch abzusichern finanziell, auch in der Pandemie abzusichern finanziell, auch da noch mal zusätzliche Förderungen reinzugeben, beispielsweise ein Digitalisierungsprogramm, sodass einfach Jugendeinrichtungen auch sich auf digitale Angebote konzentrieren konnten und die auch anbieten konnten, was natürlich kein Ersatz ist, ja, für das, was außerhalb der Pandemie stattfindet, aber natürlich trotzdem ein ganz, ganz wichtiges Angebot ist in Zeiten des Lockdowns, wo ansonsten einfach gar nichts mehr stattfinden kann und auch einfach Anlaufstelle, Ansprechstelle ist. Genau, also diese Strukturen haben wir wirklich da überall, wo es nötig war, stabilisiert, abgesichert und wie gesagt, auch die Gelder, die wir bekommen haben, vor allen Dingen aus dem Bundesprogramm, da reingelenkt und jetzt nicht gesagt, wir machen jetzt was Tolles, Neues als Land, sondern wir bauen auf dem auf, was wir haben und unterstützen diejenigen, die hier schon seit Jahren die Konzepte für Kinder und Jugendliche haben. Und dazu gehören natürlich auch die ganzen Beratungsstellen und da kann man auch wirklich an den Zahlen einfach absehen, wie stark die auch in Anspruch genommen worden sind in den letzten zwei Jahren und wie gut das auch ist, dass man so eine Infrastruktur an Beratungsstellen hat, die vielleicht, ich sage jetzt mal, in normalen Zeiten außerhalb einer Pandemie bestimmte Gruppen gar nicht in Anspruch nehmen, ja, aber in so einer Pandemie ist dann sozusagen der Zulauf viel, viel, viel größer. Also vielleicht nur mal eine Zahl aus dem Bereich, im Jahr 2020 haben die 60 rheinland-pfälzischen Beratungsstellen, die wir da haben, rund 22.000 Erziehungs- und Familienberatungen durchgeführt. Also es zeigt einfach mal, wie groß da der Bedarf ist und die gleichen Zahlen kennen wir auch von den Beratungstelefonen, also zum Beispiel die Nummer gegen Kummer, die ja sehr bekannt ist. Auch da hat sich, ist einfach das Anrufaufkommen während, vor allen Dingen natürlich während der Lockdowns, aber halt in der gesamten Pandemiezeit natürlich massiv gesteigert. Und der dritte Strang und das ist auch ein bisschen das, was so auch vor allen Dingen in die Zukunft weisen soll, ja, das ist wirklich reinhören, Beteiligung ermöglichen, Debatte ermöglichen, Diskurs ermöglichen. Ich sage mal, ich bin seit Mai 2021 Ministerin. Ich verantworte natürlich auch die Dinge, die vorher passiert sind, aber die Sachen sind passiert, wie sie passiert sind. Auch wie gesagt, diese ersten Wochen oder auch Lockdowns, in denen man Entscheidungen treffen musste, die nicht immer alle zugunsten von Kindern und Jugendlichen ausgefallen ist. Ich glaube, das ist auch völlig klar. Und deswegen finde ich es so wichtig, da jetzt nicht im Nachhinein einfach drüber zu gehen, sondern zu sagen, wir müssen dann auch nochmal in den Dialog gehen. Es muss darüber auch gesprochen werden. Und auch wenn man die Sachen jetzt nachträglich nicht mehr ändern kann, es ist wichtig, Kindern und Jugendlichen auch das Gefühl zu geben, dass sie gehört werden mit dem, was sozusagen für sie in dieser Pandemiezeit war. Und aus dem Grund ist ja eben auch die Jugendbefragung in Auftrag gegeben worden, die im März, April 2021 durchgeführt worden ist. Also auch mitten in einer Lockdown-Phase, das war ja der längste Lockdown, den wir hatten. Und die Ergebnisse sind natürlich was, was wir jetzt auch immer wieder auch mit einbeziehen in die nächsten Schritte, die wir in den nächsten Jahren gehen. Auch da nochmal, weil das, finde ich, wird immer so vorausgesetzt, aber ich finde, man muss es immer nochmal betonen. Auch die Befragung hat uns das ganz eindeutig gezeigt. Die Jugendlichen haben mitgezogen bei der Pandemiebekämpfung oder ziehen nach wie vor mit. Also ich finde, das muss man immer wieder nochmal betonen, welche große Solidarität da einfach an den Tag gelegt worden ist. Das zeigen uns auch die Ergebnisse dieser Befragung ganz, ganz eindeutig. Und es zeigt eben auch, und das ist ja eben auch gesagt worden von Frau Mauer, dass es ein sehr differenziertes Bild der Belastungen gibt. Also zum einen, je nachdem, welchen Background die Jugendlichen mitbringen, aber auch in welcher Situation sie sich belastet fühlen, die einen mal mehr, mal weniger durch den Schulausfall oder durch Einschränkungen im Freizeitverhalten. Aber grundsätzlich zeigt sich schon ein Bild der großen Belastung und was ich wirklich erschreckend fand, zu diesem Zeitpunkt auch der großen Zukunftsangst. Und das bezieht sich eben auch nicht nur auf dieses Leben als Jugendlicher, also wirklich auf Partys gehen, sich ausprobieren, sich von zu Hause abnabeln, sondern wirklich eine große Zukunftsangst auch Richtung Ausbildung, Studium. Was wird mal aus mir? Wie kann ich in so einer Phase der Pandemie überhaupt den Übertritt aus der Schule ins weitere Leben schaffen? Das sind große Themen, die die Jugendlichen eben belastet haben. Und ja, in diesem Sinne ist natürlich auch die Frage, was machen wir jetzt weiter? Wie gesagt, wir sind nach wie vor eine Pandemiebekämpfung mittendrin. Wir müssen nach wie vor schauen, dass wir die Rahmenbedingungen eben so gestalten, dass sie halt möglichst, ja, möglichst gut sind für Kinder und Jugendliche, aber es sind immer schwierige Entscheidungen, es sind immer Abwägungsprozesse, die getroffen werden müssen in der Pandemie. Ich glaube nach wie vor, dass, wie gesagt, diese Beteiligung, Partizipation etwas ist, was wir unbedingt mitnehmen müssen, auch aus der Pandemie in die Nach-Pandemie-Zeit. Wir müssen stärker als Gesellschaft dazu kommen, Kinder und Jugendliche zu beteiligen, auch an politischen Diskussionen, auch an politischen Entscheidungen. Das ist ein Thema, mit dem wir in den nächsten Jahren uns als Ministerium auch sehr, sehr auseinandersetzen. Und die Grüne Landtagsfraktion ist da ja auch immer sehr, sehr aktiv in dem Bereich. Wir müssen, wie gesagt, gucken, dass wir jetzt auch wieder im Sommer Angebote schaffen des Ausgleichs und der Entlastung und der Freizeitgestaltung, Begegnung. Das ist sozusagen das Gleiche, was wir im letzten Jahr gemacht haben, müssen wir dieses Jahr auch wieder machen. Und ich erhoffe mir da auch, und die Anne Spiegel hat es ja auch angekündigt, dass da nochmal ein großes Paket auch vom Bund geschnürt wird, dass dieses Aufholen nach Corona-Paket auch nochmal größer gemacht wird und auch vielleicht nochmal verlängert wird, weil Aufholen nach Corona ist nicht 22 zu Ende. Also das ist glaube ich jetzt schon klar, dass uns das die nächsten Jahre auch beschäftigen wird und wir da einfach auch finanzielle Mittel für brauchen. Ich glaube auch, dass wir an die Unterstützungsinfrastruktur nochmal ganz stark ran müssen, also alles, was zum Beispiel Schulsozialarbeit bedeutet, Jugendsozialarbeit und ich glaube auch, auch wenn ich dafür fachlich nicht zuständig bin, aber das Thema psychische Gesundheitsversorgung hat mich auch schon vorher als Abgeordnete immer sehr interessiert, wir müssen unbedingt endlich an diese Versorgungsfrage ran. Das ist jetzt so offenkundig geworden, also vorher war es auch schon offenkundig, aber ich glaube, jetzt lässt sich das gar nicht mehr leugnen und ich finde eigentlich diesen Vorschlag ganz charmant, jetzt für eine Übergangszeit auch die Psychotherapie zu öffnen für die Kassenabrechnung. Genau. Und ja, das sind im Prinzip so die Punkte, wo ich glaube, wo wir jetzt einfach im Großen und Ganzen dran weiterarbeiten müssen. Vielen herzlichen Dank, Katharina, für deine engagierten Worte auch und wir kommen direkt zu unserem nächsten Gast. Wir steigen natürlich später noch in die ganze, in die Diskussion darüber ein und ich kann auch schon mal an die ZuschauerInnen draußen sagen, dass wir alle Studien, die auch jetzt erwähnt sind, im Nachgang auf unserer Homepage auch verlinken werden und das gilt auch für die PowerPoint-Präsentation von Frau Mauer. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Gast, Lars Niklas Ludes. Ich habe ihn ja schon vorgestellt und Lars, meine Frage an dich wäre, dass du nochmal vielleicht ganz kurz einen Blick zurück wirst, wie es dir während der Zeit im Abi 2020 ging und was dich dann auch motiviert hat, das Buch zu schreiben und du hast uns hier auch eine kleine Passage mitgebracht, die du daraus auch vorlesen möchtest. Du hast jetzt das Wort. Dankeschön, Fabian, an dieser ersten Stelle. Ja, ich weiß um ehrlich zu sein gar nicht, wo ich jetzt genau anfangen soll. Es ist sehr viel passiert und ich glaube, das wurde jetzt auch schon sehr oft gesagt, dass halt eben vor allem die Unsicherheit überwiegt hat. Es gab eine Welle nach der anderen und da, als es dann wieder Hoffnung gab, kam dann schon wieder die nächste und es gab keine wirkliche Kontinuität mehr. Und das hat sich halt eben auch irgendwie durchgezogen und es war einfach nicht so, sagen wir es mal so, einfach das Ganze jetzt zu machen. Ich kann es jetzt, mir fehlen gerade ein bisschen die Worte dafür. Ja, ich hatte Glück, ich habe durch eine Schulaufgabe herausgefunden, dass mir das Schreiben ziemlich gut tut und dazu kam ich halt eben dazu, ein Buch zu schreiben, in dem ich halt eben meine Gefühle rauslassen konnte und gleichzeitig aber auch die der anderen, also die, die ich mitbekommen habe. Und ja, es war für mich eigentlich schon fast eine Selbsttherapie, um ehrlich zu sein. in der ich halt eben ja, einfach mal zu Wort kam und das, was man sich nicht traut auszusprechen, auch mal auf dem Papier bringen konnte irgendwie. Ja, ich würde sagen, ich kann jetzt schon loslegen mit Vorlesen, wenn das in Ordnung ist. Ich weiß nicht, es wurde halt eben schon sehr viel gesagt, was jetzt, glaube ich, sonst nur noch eine Wiederholung wäre, weil ich den meisten da vollkommen zustimmen kann. Hilf mir. Heute war wieder Präsenzunterricht in der Schule. Ich sitze in der Klasse und fühle nichts. Mein Kopf ist zerstört und meine Gedanken leer. Überfordert von mir selbst? Ich weiß es nicht. Ist es richtig, so etwas behaupten zu können? Ich fühle mich schwach, verletzlich und biete jedem Angriffsläschel. Ich sehe Leute, die sich unterhalten, glücklich gemeinsam lachen und reden. Früher habe ich das auch getan. Doch was ist heute? Ich kann es nicht. Ich sehe zu und bin leer. Es fühlt sich nicht richtig an hinzugehen und es fühlt sich auch nicht richtig ansetzen zu bleiben. Ich habe auch ganz und gar kein Thema, worüber ich reden kann. Ich fühle mich wie in Trance und alles sieht irgendwie an mir vorbei. Zwar bin ich konzentriert und nehme den Unterricht wahr, aber mein soziales Leben wird zunehmend kleiner. Was erschreckend ist. Ich fühle mich inkompetent und ich weiß, dass ich es eigentlich nicht bin. Ich bin manchmal einfach aus dieser Welt geschmissen, da ich das alles nicht mehr richtig beschreiben kann. Manchmal habe ich das Gefühl, nichts mehr zu können. Es war doch alles perfekt. Doch was nun? Alles geht irgendwie einfach nur noch hinüber. Es kommt mir vor, als wäre dieser in meinem Traum erschienene ganz und gar verdürte Baum ein Spiegelbild meines Selbst. Wie ein junger Setzling, dem das Lebenselixier über längere Zeit vollkommen entzogen wurde, sodass es ihm nicht mehr möglich ist, zu etwas Größerem heranzuwachsen. Moment. Entschuldigung, ich habe mich gerade ein bisschen verblättert. Liebes Buch, es ist gerade Nacht und ich wende mich an dich. Ich kann wieder nicht schlafen und meine Gedanken fressen mich auf. Das klingt alles so übertrieben, dabei ist es doch eigentlich mein Alltag. Ich verliere mich zunehmend selbst, auch wenn ich manchmal echt das Gefühl habe, dass es mir eventuell schon etwas besser geht. Das ist alles so unvorstellbar surreal. Das geht alles so schnell und ich kann es einfach nicht mehr. Ja, ich könnte jetzt noch ein paar einige Textstellen vorlesen. Ich habe sehr viele markiert. Es tut mir leid, ich habe mich eben gerade ein bisschen verblättert. Und ja, ich denke, ich habe die wichtigsten jetzt erstmal erwähnt. Ich würde schon auch gerne was zu Katharina sagen, da sie ja was angesprochen hat. und ja, Katharina, es geht nicht darum, der Jugend das Gefühl zu geben, es zugehört oder ein Ohrgeschenk zu bekommen, sondern es geht viel eher darum, dass es auch getan wird und dass die Jugend wirklich aktiv sich beteiligen kann und dass ihnen wirklich zugehört wird und nicht nur, dass dieses Gefühl existiert. Ja, das wollte ich noch gerne ergänzen. Dankeschön. Ja, vielen, vielen Dank, Lars, dass du uns auch hier mit deinem Buch ein bisschen auch Kultur und Literatur noch beisteuerst und ich glaube, das war auch sehr, ja, sehr authentisch, auch wie du beschrieben hast, wie es dir auch in der Zeit ging und dass du auch quasi das Schreiben gefunden hast, um die Eindrücke, die du auch gesammelt hast oder was auf dich eingeprasselt ist, auch zu verarbeiten und über das ganze Thema Jugendbeteiligung und wie wir wirklich der Jugend auch eine starke Stimme geben können und eine wirkliche Beteiligung realisieren können, kommen wir auch noch gleich in der Diskussion. Ich würde jetzt erst mal noch bitten, unseren Gast Fred Konrad auch in die Diskussion oder in den Fachdialog einzusteigen und er als Kinderarzt beschäftigt sich ja sehr auch mit den Folgen der Pandemie auch die psychosomatische Gesundheit und die Entwicklung auch von jungen Kindern und den Jüngsten in unserer Gesellschaft und hat sich da auch sicher schon viele Gedanken zugemacht. Fred, du hast jetzt das Wort. Jetzt. Vielen Dank, Fabian. Ihr habt es schon angekündigt, ich habe mich etwas mehr auf die Situation von kleineren Kindern vorbereitet. Es gibt eine Untersuchung im November erschienen in der kinderärztlichen Praxis, damit ich die Quelle auch genannt habe, das ist ja heute ganz wichtig und zwar von Renate Bredal vom Gesundheitsamt der Landeshauptstadt Düsseldorf. Die hat über die Schuleingangsuntersuchungen berichtet und in diesem Zusammenhang über die Situation von Kindern, die aus Stadtgebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf stammten und hat dabei festgestellt, dass im Vergleich zu 2020 die Einschulungskinder im Jahr 2021 signifikante Defizite aufweisen. Ich kann die Folie, die ich aus der Zeitschrift es gab leider keinen Online-Zugang dazu, die ich aus der Zeitschrift abfotografiert habe, kann ich gern kurz freigeben, dann könnt ihr die Zahlen ein bisschen mitgucken. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt seht. Die verschiedenen Untersuchungsbereiche, die bei der Einschulungsuntersuchung abgebildet werden, betreffen verschiedene Bereiche der kindlichen Entwicklung in der Vorschule und frühen Schulzeit und wir sehen, dass wir bei den Standardwerten, die dort abgeleitet worden sind, hochsignifikante Ergebnisse, das heißt, dieser P-Wert kleiner 0,01 haben, für alle Entwicklungsbereiche, wenn ich also Kinder aus vergleichbaren Wohngebieten von 2019 auf 2020 vergleiche, das heißt Einschulungsjahr 2020 und 2021 mit Defiziten um 10 bis 20 Prozent. Am stärksten betroffen sind dabei sprachliche Defizite, Präpositionen, Pluralbilder, aber auch die Körperkoordination, was ja jetzt auch schon gesagt worden ist, dass die Probleme Bewegungsmangel sich sehr stark auswirken und auch eine durchschnittliche Gewichtszunahme um 0,8 Prozent. Das ist in meinen Augen, spiegelt alles wieder, was jetzt schon gesagt worden ist und auch die schlechteren Deutschkenntnisse. Wie, ich würde den Bildschirm jetzt wieder gerne nicht freigeben und euch gerne wieder richtig sehen. Kann das jemand für mich jetzt tun? Ich kann jetzt leider nicht sehen, wie das ist und habe jetzt den Bildschirm hier vor Augen. Eine Sekunde bitte. Aha, jetzt geht es wieder. Vielen Dank, wer auch immer das jetzt organisiert hat. Welche Folgen für die Gesundheit ist jetzt in dieser Lebensphase vor allem zu erwarten? Ich habe das kurz zusammengestellt. Neben den abgebrochenen Einschulungsuntersuchungen, die dann ein sehr eingeschränktes Bild der Kindergesundheit im Vorschul- und frühen Schulalter nach sich gezogen haben, waren für mich als Kinder- und Jugendarzt vor allem die häufigen Therapieabbrüche sehr bedenklich und haben ihre Folgen hinterlassen. Das heißt Therapieabbrüche vor allem bei den Heilmitteln, die ich jetzt als Kinder- und Jugendarzt verordne, aber auch im sozialpädiatrischen Zentrum in den Bereichen Logopädie, also Sprachtherapie, in dem Bereich Physiotherapie, also Krankengymnastik und Bewegungsförderung im Bereich Ergotherapie, Feinmotorikförderung, Wahrnehmungsförderung, Konzentrations- und Aufmerksamkeitsförderung und auch die Heilpädagogik, die über die Frühförderstellen angeboten wird. Was waren die Ursachen? Zum einen gab es erhebliche Einschränkungen in der Therapie und Verunsicherung gerade im März und April 2020, was dann bis zu den Sommerferien angehalten hat, weil die Einrichtungen teilweise in Kurzarbeit gegangen sind, teilweise auch die Praxen geschlossen wurden aus Angst vor Ansteckung, aber umgekehrt auch von den Eltern ausgehend Angst vor Ansteckung, und Herausnahme aus den Vereinen, Herausnahme aus der Kita und Herausnahme aus den Therapieangeboten. Frau Mauer hat es ja schon gesagt gehabt, was allgemein bekannt ist, Zunahme des Medienkonsums. Wir haben beobachtet, dass die Zahl der Arztbesuche, die Anspruchnahme von Vorsorgeuntersuchungen sehr eingeschränkt war, vor allem in der ersten Zeit der Pandemie. Wir haben quasi die Praxis im Wechsel zumachen können, um zwei Teams zu bilden, damit die Ansteckung nicht zu einer Schließung der Gesamtpraxis führt. Wir sind zwei Kollegen und die Mitarbeiterinnen. Wir haben uns dann also drei Monate so gut wie nie gesehen im ganzen Team, was aber für die Versorgung der Patienten völlig ausreichend war, weil die Nachfrage nach Terminen um etwa die Hälfte zurückgegangen ist für zwei bis drei Monate. Worauf ich bereits damals hingewiesen habe, im März, April 2020 hat die Jimpoldina dazu geraten, die Kitas geschlossen zu halten bis zu den Sommerferien. Ich habe bereits damals darauf hingewiesen, dass dies für den Kinderschutz eine erhebliche Beeinträchtigung wäre, weil dann die Beobachtung von Kindern in problematischen Familienverhältnissen mit Gewalterfahrungen eingeschränkt wäre und weil es auch dazu führen würde, dass die Fortschritte in der frühkindlichen Bildung quasi ad absurdum geführt würden, wenn dies tatsächlich so durchgeführt würde. Wir haben aber letzten Endes gesehen, dass selbst die dann milderen Einschränkungen von vor allem vom Frühkinderschutzbildung und auch Schulbildung doch zu erheblichen Nachteilen geführt hat, vor allem bei Menschen in problematischen Lebensverhältnissen. Und das habe ich mir ein bisschen strukturiert. Die erste Gruppe ist Menschen in Armut. Wir haben hier die Erfahrung, dass diese Menschen eine geringere Nutzung qualitativ hochwertiger Informationszugänge haben. Das heißt also Qualitätsmedien, wie man es jetzt so aus der Mittelstandsperspektive gerne nennt, werden in dieser Schicht seltener konsumiert und auch weniger verstanden wegen des geringeren Bildungsniveaus. Sie haben eine geringere soziale Vernetzung über den Arbeitsplatz, weil diese Arbeitsplätze oft sehr auf die eigene isolierte Tätigkeit bezogen sind. Sie haben aber erfahrungsgemäß sowohl für die Kinder als auch für die Erwachsenen eine deutlich geringere Gesundheitsvorsorge. Das sind keine unveränderlichen Probleme, aber im Zuge der Pandemie haben sie dazu geführt, dass sich wie auch bei der Zunahme von Migration diese sozialen Probleme, die unbearbeitet vorliegen, plötzlich zu tatsächlichen Krisen herausbilden, weil der Gesundheitsdienst die Menschen in prekären Lebensverhältnissen nicht ausreichend erreicht und damit plötzlich dieses Problem über die Gesamtgesellschaft hereinbricht und die Gesamtgesellschaft plötzlich wahrnimmt, dass ihre Gesundheit ja auch mit der Gesundheit von Menschen in prekären Lebensverhältnissen zusammenhängt. Und evident war das mit der Zunahme der Inzidenzen, weil man die Menschen in prekären Verhältnissen mit der Impfung und mit den entsprechenden Schutzmaßnahmen nicht ausreichend erreicht. Die Kehrseite davon war aber auch bei Menschen mit geringem Bildungsstand, dass die Angst vor Ansteckung zum Teil völlig unnötig überhöht wurde und die Menschen Angst hatten, ihre Kinder überhaupt noch in die Kita zu geben. Ich hatte allein in den letzten zwei Monaten fünf oder sechs Kinder aus Familien, die seit 2016 zugewandert sind, die ihre Kinder komplett aus der Kita genommen haben. Die Kinder sind jetzt vier oder fünf Jahre alt, das heißt U8 und U9-Phase, die haben tatsächlich keine nennenswerten Deutschkenntnisse. Und diese Kinder haben auch wenig Chancen, dies in der kurzen verbleibenden Zeit dann aufzuholen. Und wir haben das als Gesellschaft, das muss ich auch sagen, wir haben es als Gesellschaft versäumt, die Nachteile von Menschen in prekären Lebensverhältnissen rechtzeitig zu ändern, damit wir auf die Krisen wie die hohen Migrationszugänge 2015, 2016 oder die Corona-Krise jetzt 2019, 2020, 2021 ausreichend vorgesorgt hätten. Und das ist natürlich ein Problem, das dann bei der nächsten Krise genau wieder auf uns zurückfallen wird, wenn wir nämlich jetzt sagen, die Corona-Krise ist vorbei. Wenn sich alle angesteckt haben über die Omikron-Variante, wird uns die nächste Krise wieder treffen. Sie wird die Gesundheitsversorgung von Menschen in prekären Lebenslagen oder von Menschen, die einen unzureichenden Zugang zu gesellschaftlichem Leben über Information, über soziale Teilhabe haben, wird sie wieder in die Mitte der Gesellschaft tragen und wir werden sich wieder wundern, wieso man diese Menschen vorher nicht erweitert. Die geringere Resilienz, Frau Mauer hat es bereits gesagt, also die geringere Stärke des Systems, mit Belastungen zurechtzukommen, zeigt sich immer in solchen Krisensituationen und damit sind auch die Menschen in Armut diejenigen, die am stärksten davon betroffen sind. Die zweite Gruppe, die ich erwähnen will, sind Menschen mit Behinderung und Kinder mit Behinderung. Die sozialpädiatrischen Zentren sind 2021 nahezu vollständig in Kurzarbeit gegangen. Das heißt, für Kinder mit drohender oder bestehender Behinderung ist die therapeutische Unterstützung im Prinzip im April 2021 zusammengebrochen. Das ging so weit, dass in der damaligen Landesverordnung sogar stand, dass nur noch bei zwingenden medizinischen Gründen Therapien angeboten werden können. Es wurde dann allerdings so weit abgeschwächt, dass bei medizinischer Notwendigkeitstherapien angeboten werden konnten. Leider ist das dann in den SPZs wie auch in den therapeutischen Praxen unzureichend umgesetzt worden. Ich habe viele körperbehinderte Kinder in Betreuung, auf die wir jetzt noch gar nicht eingegangen waren, die also erhebliche Verschlechterungen ihres körperlichen Gesundheitszustandes und ihrer behinderungsbedingten körperlichen Veränderungen zu beklagen hatten. Und natürlich vor allem auch Kinder mit Entwicklungsauffälligkeiten, mit Entwicklungsstörungen und Verzögerungen, die die entsprechenden Therapien nicht in Anspruch nehmen können. Also unter anderem betreue ich eine Schule für ganzheitliche Förderung und auch eine Kita, eine heilpädagogische Kita mit einem hohen Anteil heilpädagogischen Kindern mit heilpädagogischem Förderbedarf, wo auch dies zu beobachten war, dass der Ausfall der Therapien über längere Zeit dort zu erheblichen Rückschritten der Entwicklung führt. Der dritte Bereich, den ich nennen wollte, habe ich schon angedeutet, ist dann die Familien mit Migrationshintergrund. Hier zeigt sich in noch erheblich höherem Maß das Problem des fehlenden Informationszugangs und auch die Problematik der Informationsvermittlung auch im medizinischen Bereich. Ein großer Teil der Vorschulkinder wurde aus der Kita herausgenommen und hat dann auch vom Homeschooling nicht ausreichend profitieren können. Wir haben bei den Zahlen ja eben gesehen, dass motorische und Sprachprobleme erheblich zugenommen haben, vor allem bei Menschen in prekären Lebensverhältnissen und in Gebieten mit besonderem Entwicklungsbedarf. Was hätte ich jetzt noch an Anregungen zu geben, in Ergänzung zu dem, was ja schon auf dem Tisch liegt? Katharina, du hast schon vieles gesagt, was nur zu unterstützen ist. Ich sehe aber noch weitere Probleme, die ich noch gerne ergänzen würde, weil wir das Thema Kinder- und Jugendhilfe fast noch nicht ausreichend betrachtet haben, was ja jetzt gerade in deinem Geschäftsbereich ganz zentral ist. Bei der medizinischen und bei der psychosozialen Versorgung spielt die Kinder- und Jugendhilfe eine nicht unerhebliche Rolle. Das hängt zum Teil damit zusammen, dass in Rheinland-Pfalz die Frühförderstellen mit den sozialkädiatrischen Zentren zusammengefasst sind und die Frühförderung vom Sozialamt übernommen wird und bei seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung vom Jugendamt. Damit ist die kommunale Finanzierung mitentscheidend dafür, wie sich der Kostenträger für diese notwendigen therapeutischen Maßnahmen letztendlich verhält, also wie restriktiv diese Maßnahmen gehandhabt werden. Das führt dazu, in dem Bericht, in dem ich arbeite, da sind jetzt also, ich muss kurz kurz zählen, drei, vier, fünf, sechs Jugendämter beteiligt, dass in jedem Zuständigkeitsbereich dieser Jugendämter unterschiedliche Kriterien vorherrschen und unterschiedliche Vorgehensweisen vorgenommen werden. Die besondere Situation der sozialkädiatrischen Zentren und Zentren für Frühförderung, die nicht in deine ministerielle Zuständigkeit fallen, das muss ich jetzt auch dazu sagen, führt aber dazu, dass ein ganzer Teil der Kostenstruktur von der Zustimmung der Jugendämter abhängig ist, weil die seelische Behinderung nach § 35a Kinder- und Jugendhilfegesetz, also SGB VIII, eine Leistung der Jugendämter ist und die wiederum häufig über die Früh- oder fast in sehr hoher Zahl über die Frühförderstellen übernommen werden. Wenn diese Leistungen über die Erziehungsberatungsstellen gehen, dann werden sie pauschal abgerollt. Deswegen sind die Jugendämter dann bei den entsprechenden Unterstützungsstellen, also Frühförderstellen, teilweise sehr restriktiv. Zweiter Punkt ist, dass aufgrund der besonderen rheinland-pfälzischen Struktur, und da würde ich dich bitten, auch vielleicht mal auf das Gesundheitsministerium zuzugehen, wir als Kinderärzte, also selbst dann, wenn ich als Kinderarzt gleichzeitig im Zentrum für Sozialpädiatrie und Frühförderung arbeite und in der Praxis, kann ich als niedergelassener Kinderarzt, ohne das Kind zuerst mit einer erheblichen Wartezeit ins SPZ zu überweisen, keine Frühförderung einleiten, obwohl der entsprechende gesetzliche Anspruch eigentlich besteht. Und das liegt daran, dass die sozialpädiatrischen Zentren dann im ärztlichen Bereich die Kinder erst untersuchen und dann erst zur heilpädagogischen Frühförderung beitragen können. Also die anderen Frühförderstellen außer den SPZ, die es ja auch gibt, beispielsweise über die Lebenshilfe oder ähnliche Leistungsanbieter, das gar nicht übernehmen können, bevor die Kinder in dem SPZ machen. Und der dritte Punkt ist, dass diese, in anderen Fällen, eine besondere Situation auch dazu führt, dass hier Kosten zwischen Krankenkassen und Jugendämtern hin und her geschoben werden. Also Jugendämter sich für nicht zuständig erklären, weil sie sagen, Psychotherapie ist Aufgabe der Krankenkasse und nicht des Jugendamtes, womit sie im Grunde genommen Recht haben. Aber in dem Moment, wo eine Pauschalfinanzierung im sozialpädiatrischen Zentrum stattfindet, versucht halt jeder, die Kosten auf den anderen zu verlagern. Das ist jetzt in der Zeit der Pandemie besonders kritisch geworden, weil eben die Wartezeiten auf die entsprechenden Hilfen ganz erheblich sind und die Eltern dann zusätzlich zu der ganzen Belastung in der Pandemie noch mal mit komplizierten Antragsverfahren und einem Hin und Her der Kostenträgerschaft konfrontiert waren. Allem anderen habe ich nichts hinzuzufügen. Mein Appell wäre, dass wir überall da, wo altersbedingt Aktivitäten sich unterscheiden, wir nicht über einen Kamm scheren dürfen. Kinder und Erwachsene und Jugendliche müssen entsprechend ihrer Lebenswelt unterschiedlich behandelt werden. Für Menschen im heranwachsenden Alter ist der Kontakt zu Gleichaltrigen ein erheblich stärkerer Faktor für ihre Gesundheit und für ihr Wohlergehen, als für Menschen in einem höheren Alter, die wesentlich mehr Alternativen haben, auch mit Krisensituationen umzugehen, aufgrund der größeren Erfahrung mit solchen Situationen. Das heißt also, wir müssen als erstes schauen, wo fangen wir mit der Normalität an? Wir haben das bei den Kitas nach vielfältiger Anregung ja ein Stück weit auch ein gutes Stück auch vollzogen, dort Normalität einkehren zu lassen in den Schulen, mehr oder weniger. Aber was den Freizeitbereich vor allem von Jugendlichen und jungen Erwachsenen angeht, sehe ich da eine Riesenaufgabe vor uns, hier Normalität wachsen zu lassen. Und ich will damit schließen, dass ich sage, Jugendliche haben derart viel Solidarität gezeigt, obwohl sie selbst von der Pandemie am wenigsten betroffen gewesen wären, dass es Zeit ist, dass die Gesellschaft dies zurückgibt und Normalität für Menschen, für junge Menschen wiederherstellt. Ja, vielen Dank, Fred, für deine sehr ausführlichen Ausführungen. Und ich würde jetzt auch einmal in die Diskussion starten. Das heißt, ich gebe jetzt einfach auch Fragen in die Runde, adressiere euch schon. Aber ihr könnt auch gerne auch alle was dazu sagen, wenn ihr zu Punkten euch äußern wollt. Katharina, es ist ja oft auch von dem Begriff Generation Corona die Rede, dass jetzt quasi wir eine ganze Generation mit den Auswirkungen prägen und mit den ganzen Einschränkungen und den negativen Auswirkungen. Aber kann man wirklich von einer Generation Corona sprechen? Oder ist es nicht so, dass man da viel mehr differenzieren muss, welche genauen Gruppen von Kindern und Jugendlichen von welchen Auswirkungen betroffen sind? Und ist es auch so, dass auch vielleicht gar nicht alle gleich betroffen sind und dass manche auch gar nicht oder wenig tangiert, aber manche dafür umso stärker? Ja, also mir ist diese Diskussion um diesen Begriff auch vor allen Dingen noch aus dem letzten Jahr so präsent, wo es ja ein bisschen auch darum ging zu sagen, es gibt keine Generation Corona, um so eine gewisse Stigmatisierung da auch nicht zuzulassen. Aber ich finde, nach zwei Jahren Pandemie ist, also man kann sich jetzt über diesen Begriff streiten und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob der hilfreich ist. Aber ich glaube, und das gilt glaube ich auch nicht für Kinder und Jugendliche, das gilt für uns alle. Wir sind ja alle, sitzen ja alle in dieser Pandemie drin. Stimmt natürlich, man muss differenzieren. Manche sind mehr betroffen wie andere. Manche leiden mehr darunter wie andere. Aber ich glaube, natürlich ist das für alle ein einschneidendes Erlebnis in ihrem Leben und auch in ihrer Biografie. Diese zwei Jahre, die wir jetzt in dieser Pandemie verbringen und die das, was wir unter unserem normalen Leben verstehen, komplett auf den Kopf gestellt haben. Und ich glaube, auch die Folgen werden natürlich noch lange Jahre zu spüren sein. Und das wird einfach die Gesellschaft ändern. Und insofern sind wir irgendwie alle Generation Corona, die wir das erlebt haben. Aber natürlich müssen wir auch einfach gucken, gerade dass es für Kinder und Jugendliche halt die Folgen angepackt werden. Und ich wollte da vielleicht auch nochmal auf die Bemerkung eingehen von dir, Lars. Du hast völligst recht. In dem Moment, in dem ich so ausgesprochen habe, habe ich gedacht, ich wollte es anders formulieren, weil ich es auch anders meine. Es geht natürlich nicht nur ums Gefühl geben. Für mich hat das Ganze zwei Aspekte. Das eine ist tatsächlich in die Zukunft gerichtet zu gucken, wie kriegen wir wirklich Beteiligung von jungen Menschen ausgebaut, über wirklich formale Verfahren und Orte, wo das stattfindet. Und das andere ist aber tatsächlich trotzdem auch als Politik, das so verstehe ich auch meinen Auftrag, trotzdem nochmal über das zu sprechen, was passiert ist, ja, um auch daraus zu lernen, um auch das nicht einfach jetzt wegzuwischen. So im Sinne von, naja, das ist ja jetzt Vergangenheit, da kann man jetzt nichts mehr dran ändern, jetzt lass mal gut sein. Ja, deswegen ist es ja auch wichtig, dass du heute da bist und auch aus deinem Buch vorliest, weil das einfach festgehalten werden muss und es muss auch nochmal, es muss einfach nochmal drüber gesprochen werden. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, Lars, wie siehst du das? Du bist ja auch noch mit vielen deiner Freundinnen und Freunden in Kontakt, mit denen ja auch das Abi wahrscheinlich geschrieben hat, jetzt studierst du. Wenn du jetzt, also wie stehst du zu dem Begriff Generation Corona und was glaubst du auch, wie haben sich jetzt auch die letzten zwei Jahre auf dein Erwachsenwerden so ausgewirkt oder auf das Erwachsenwerden deiner Generation? Ja, ich denke eigentlich, dass man nicht hier um einen Begriff streiten sollte, sondern viel eher direkt die Probleme angehen sollte. Es ist klar, wir alle müssen mit Corona umgehen und manche trifft es mehr, manche weniger. Ich habe jetzt aus meinem persönlichen Umfeld sehr stark mitbekommen, dass da sehr viele auch psychisch, vor allem psychisch, Entschuldigung, vor allem jetzt sehr belastet waren. Sehr viele haben Depressionen bekommen und ich, ja, ich möchte jetzt keinen triggern, deswegen führe ich das Ganze nicht fort. Auf jeden Fall ging es ihnen schlecht und meist war der Griff zu einer professionellen Hilfe oder das Hingehen zu einer professionellen Hilfe das größte Problem. Man hat seine eigenen Probleme nicht ernst genommen, man hat sie in sich aufgestaut und das Ganze gab dann auf einen Punkt, wurde es dann einfach zu viel und ist dann rausgekommen wie aus einem Wasserfall. Was mir wichtig ist, ist wirklich, ich denke, der Begriff ist egal, wie man das jetzt nennt. Es ist einfach wichtig, dass man versucht, das Beste jetzt daraus zu machen aus der Vergangenheit, jetzt nicht der Vergangenheit hinterher trauert, sondern wirklich in die Zukunft guckt. Was können wir machen, damit es nicht nochmal so eine Welle an psychischen Erkrankungen gibt und wie können wir jetzt Leute entlasten oder Leuten helfen, die erstens noch nicht aus sich wirklich rauskommen, die vielleicht das Ganze immer noch in sich aufstauen und es nicht zeigen und wie können wir denen helfen, die es jetzt schon vielleicht gezeigt haben, dass es ihnen schlecht geht und ja, einfach entlasten und sie halt eben mehr aktiv in die Politik mit einbeziehen. Ja, danke. Frau Mauer, was glauben Sie, nach jetzt auch zwei Jahren Lockdown und den ganzen Auswirkungen, die Sie auch in Ihrem Vortrag beschrieben haben und was auch jetzt an Studien ausgeht, wie wirkt sich das jetzt auf das Erwachsenwerden ausleben oder auswirken und können Sie vielleicht nochmal ganz genau erklären oder kurz zusammenfassend, warum das gerade jetzt die Generation der Jugendlichen so betroffen sind und was Sie auch glauben, was das jetzt auch mit der Generation gemacht hat? Ja, die Jugendlichen sind natürlich deshalb betroffen, so stark betroffen, weil das einfach ein Lebensalter ist, wo unglaublich viel Entwicklung stattfindet. Ich sage mal, bei uns Erwachsenen sind ja viele Entwicklungsprozesse, würde ich sagen abgeschlossen, aber gesettelt, das heißt soziale Entwicklung, emotionale Entwicklung oder auch, was Herr Konrad eben sagte, wir haben natürlich auch gelernt, wie geht man mit Krisen um, auch wenn wir noch nicht so eine Pandemie in so einem Ausmaß erlebt haben und die Jugendlichen trifft das in solchen wichtigen Entwicklungsaufgaben, was ich eben schon skizziert habe, angefangen von persönlichen Beziehungen bis hin auch zur beruflichen Entwicklung, wo einfach auch ganz wichtige Weichenstellungen entstehen fürs ganze Leben. Übrigens auch das, was Herr Konrad sagte bei den Vorschulkindern, wir wissen, was das für Auswirkungen hat auf die ganze Bildungslaufbahn, mag ich nicht so gerne, ganz im Bildungsweg, nennen wir es mal so, ja. Und auf der anderen Seite sehen wir natürlich auch, dass auch Jugendliche und Kinder auch resilient sind und auch schwierige Phasen bewältigen können, auch eine gewisse Robustheit da entwickeln können. Und ich will nicht sagen, man lernt jetzt fantastisch aus der Corona-Pandemie, weil es eine furchtbare Belastung ist, aber natürlich, naja, kann man auch oder gehen manche auch gestärkt vielleicht daraus hervor, aber wie gesagt, ich möchte das nicht als so einen per se positiven Aspekt verkaufen, der es in den meisten Fällen nicht ist. Ich finde es schwierig zu sagen, wie langfristig die Auswirkungen sind. Ich glaube, dass das und zum einen von Lars und auch von Katharina Binz, das wirklich aufzuarbeiten und sich damit noch mal aktiv auseinanderzusetzen und zwar für alle gesellschaftlichen Bezüge, was hat das bedeutet, welche Auswirkungen hat das, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert und wo müssen wir besser werden, weil ich weiß, jetzt kann ich allen die Laune verderben, aber hinten dran lauert die Klimakrise. Das ist noch eine ganz andere Dimension. Und wir wissen aus Studien auch, dass die Politikverdrossenheit zugenommen hat jetzt wieder und das ist einfach für eine Demokratie so wichtig für die Zukunft und da müssen wir alle gemeinsam ran und zwar vor allem in der Verantwortung sind eben die Erwachsenen. Ja, vielen Dank. Lars, du möchtest auch noch was sagen? Du hast dich gemeldet. Ich möchte noch gerne hinzufügen, dass vor allem bei den Problemen, die uns alle was angehen, die Verantwortung nicht nur bei den Erwachsenen, sondern auch bei den Jugendlichen liegt. Das einzige Problem ist, dass die Jugendlichen einfach nicht so wirklich wahrgenommen werden oder die Möglichkeit haben, bis jetzt sich aktiv zu beteiligen, sodass sie ihrer Verantwortung auch gerecht werden können, die sie eigentlich sehr wohl besitzen, aber einfach nur nicht wahrnehmen können, da ihnen das nicht zugemutet wird. Vielleicht darf ich das kurz erklären, wie ich es gemeint habe, Lars, aber vielleicht meinen wir auch das Gleiche. Mir geht es darum, dass zum Beispiel im Hinblick auf die Klimakrise oder auf jetzige Strukturen, wie sie sind, das haben wir Erwachsenen eben zu verantworten, dass Dinge so sind, wie sie sind. Ja, und es kann nicht sein, dass ihr es ausbahnen müsst oder dann auch noch die Lösung dafür liefern müsst. So war es gemeint nicht. Ja, ich möchte mal auf einen Satz von der Frau Mauer eingehen und auch vom Fabian, vom Lars. Entschuldigung, darf ich Lars sagen? Oder Herr Ludes? Ja, Lars geht voll klar. Das ist alles kein Problem. Gerne. Gut, also ich bin Fred. Wir müssen gucken, wie gehen wir in Zukunft mit solchen Situationen um. Also jetzt quasi zu sagen, oh, das war aber jetzt blöd und es hat vor allem die Menschen getroffen, die sehr von der Entscheidung anderer abhängig gewesen sind, also Kinder und Jugendliche, aber auch Menschen, die in der Gesellschaft weniger Zugänge zu Entscheidungswegen, zu Beteiligung, zu Teilhabe haben und lassen dann alles so weiterlaufen wie bisher. Also wir sehen ja, dass es nicht in allen Ländern die gleichen Probleme in der gleichen Weise gibt. Und wir haben es in Deutschland auch, ich sag mal, sehr direktiv angehen lassen, haben aber bis jetzt die tatsächlichen Strukturen nicht hinterfragt. Also wir haben, ich sag mal, drei entscheidende Krisen erlebt und haben eine ganz entscheidende Krise, Frau Mauer hat es gesagt, vor uns. Und in diesen Krisen war es so, bei der Finanzkrise, bei der Migrationskrise und bei der Pandemiekrise ist es jeweils so gewesen, dass die Menschen, die am gesellschaftlichen Rand stehen, am stärksten betroffen waren und die geringsten Ressourcen hatten, um dann auch sich, ich sag mal, gegen die negativen Einflüsse behaupten zu können. Also resilient zu sein in Fremdburg. Und es war, warum sag ich bei der Migrationskrise auch, es waren nicht nur die Migrantinnen und Migranten, die davon betroffen waren. Menschen in meiner sozialen Situation, ich sag's jetzt mal ganz hart, die gut verdienen, die ein eigenes Haus haben, die auf dem Land leben. Ich konnte zu allen Corona-Zeiten mich nahezu frei bewegen und hab viel Platz ums Haus, was ja bei den Familien, die in prekären Wohnverhältnissen wohnen, überhaupt nicht dran zu denken. Aber als es zu einer sehr hohen Zuwanderungsrate gekommen ist, musste ich auch keine Angst haben, dass meine Wohnverhältnisse, meine Lebensverhältnisse dadurch groß beeinträchtigt werden. Aber Menschen, die bei uns immer schon in prekären Wohnverhältnissen gewohnt haben, die wussten ganz genau, es gibt jetzt noch mehr Menschen, die hier Bedarf haben nach gutem Wohnraum, die keine ausreichenden Wohnverhältnisse haben, die vorübergehend in Unterkünften untergebracht werden und von da aus wieder in vernünftige Wohnungen wollen. Das heißt, der Druck, der aus Krisen entsteht, auch bei der Finanzkrise, trifft immer als erstes die Menschen, die ohnehin auf Unterstützung der Gesellschaft angewiesen sind. Und wenn ich in weniger, durch eine Krise, in einer Zeit, in der weniger Krisen das Leben bestimmen, nicht dafür sorge, dass auch Menschen, die von der Unterstützung der Gesellschaft abhängig sind, in guten Verhältnissen leben, dann wird das in jeder Krise wieder auf uns zurückfallen. Wir haben dasselbe beim Klimageld, das wird jetzt auf uns zukommen, dass Klimaschutz wieder die Menschen anteilsmäßig am meisten kosten wird, die am wenigsten Geld verdienen. Und dass solche Dinge gilt es im Vorhinein zu verhindern, durch gerechte Einkommensvermögensverteilung und dadurch, dass ich Bildungsangebote mache und dass wir die Durchlässigkeit der Gesellschaft, gerade bei jungen Menschen, auch erhöhen, damit junge Menschen auch in die Teilhabe hineinwachsen können. In keinem anderen Land bestimmt der Bildungsstand der Eltern so sehr darüber, welche beruflichen und Bildungschancen ihre Kinder haben. Das können wir nicht sagen, dass das mit dieser Corona-Krise, mit der Finanzkrise oder mit der Migrationskrise nichts zu tun gehabt hat. Es ist vielmehr so, dass die Menschen die Unterstützung da verlieren, wenn andere Probleme sich wieder in den Vordergrund drängen. Und dann ist es auch immer dieselbe Reaktion. Plötzlich ist für alles Mögliche Geld da, während vorher nie Geld da war. Man muss für solche Krisen vorsorgen. Ein Beispiel Gesundheitssystem. Wir sagen jetzt, das Gesundheitssystem droht überfordert zu werden. Aber wir haben das Gesundheitssystem so ausgestattet, dass wir sagen, wir können mit einer gut durchschnittlichen Belastung des Gesundheitssystems gut umgehen. Wenn wir das mit der Feuerwehr so machen würden, dann würden wir mal gucken, bei uns im Dorf hat es jetzt drei Jahre nicht gebrannt, dann machen wir die Feuerwehr zu. Weil einfach kein Bedarf da ist. Das wird aber nicht ausreichen, weil es auch in der Nähe mal brennen kann. Und dann ist die Vorbahnzeit zu lang. Also wir haben hier durchschnittlich, wir können mit unseren durchschnittlichen Belastungen durch Krankheit, durch Unterstützungsbedarf zugrunde legen und dann sagen, damit muss es gut sein. Wir sparen da am falschen Ende. Und es wird in Krisenzeiten, fällt das immer wieder auf uns zurück. Und jetzt auch mal was Positives. Es ist, glaube ich, ganz entscheidend für unsere Situation in Rheinland-Pfalz, dass die Kommunen jetzt von ihren Schulden entlastet werden. Weil die sind vor Ort und geben die meiste Unterstützung für die Menschen vor Ort, die jetzt nicht über die sozialen Sicherungssysteme abgedeckt sind. Und das war sehr restriktiv gehandhabt worden. Und ich hoffe, dass da, ich sage mal, die Kriterien etwas gelockert werden und in ganz Rheinland-Pfalz auch vereinheitlicht werden. Das wäre jetzt wirklich ein Appell an dich, Katharina, dass in jedem Jugendamt und in jedem Sozialamt, der Sozialamts- oder Jugendamtsleiter oder die Leiterin dann wie der kleine König darüber bestimmen darf, welche Kriterien jetzt gerade da gelten. Und wie gesagt, wir müssen jetzt die nächsten Jahre wirkliche Sozialpolitik machen, damit die nächste Krise uns nicht noch härter trifft als diese. Und auch eine vernünftige Bildungs- und Jugendpolitik machen. Also die Teilhabe werden wir jetzt nicht erreichen, wo noch Krisenmodus ist. Das muss erarbeitet werden, wenn wir wieder, ich sage mal, in einem politisch ruhigeren Fahrwasser sind. Vielen Dank, Fred. Ich würde jetzt gerne mal auch darüber quasi übergehen, mögliche Lösungen zu diskutieren. Das ist einmal natürlich die Frage der Jugendbeteiligung, die wir schon angetextet haben. Aber mich würde jetzt auch mal von Frau Maurer, aber auch von Katharina, von Lars oder auch von Fred interessieren. Welche Maßnahmen können wir denn jetzt auch beschließen oder ergreifen, um nachträglich die bereits ja quasi erlittenen Einschränkungen, Belastungen von Kindern und Jugendlichen auch zu kompensieren? Gibt es da von Ihrer oder eurer Seite schon Ideen oder Konzepte oder Wünsche, was wir da jetzt quasi angehen müssten, auch um das nachträglich auch zu kompensieren? Ich fange dann jetzt mal einfach an, weil niemand redet. Ja, also es gibt ja einige Wünsche, die ich gerne äußern würde. Das fängt damit an, dass man Psychologen zugänglicher macht, dass man die Hilfsbereitschaft, also dass auf die Hilfe aufmerksam macht, die es gibt und das nicht verteufelt, zum Beispiel jetzt durch falsche Vorstellungen, Klischees von der Klinik. Das sind ja Hilfserrichtungen, die einen helfen sollen und nicht einen noch mehr belasten sollten. Und dass man ihnen die Angst nimmt und da halt eben auch mal aufklärt. Das finde ich persönlich jetzt sehr wichtig, auch an Schulen oder allgemein überall, dass man das ausbaut und direkt Hilfe vor Ort auch hat im Notfall. Und ja, des Weiteren wäre vor allem ein wichtiger Punkt, finde ich jetzt, dass die Jugendlichen ernster genommen werden. Man sieht es jetzt zum Beispiel bei der Klimapolitik, es ist jetzt immer noch nichts passiert. Als kleines Beispiel, coronamäßig jetzt leider auch nicht und wir sind jetzt schon im zweiten Jahr oder dritten schon fast. Und es ist, es zieht sich alles, es wird immer oft darüber geredet, ja, wir wollen helfen. Aber es muss auch wirklich was getan werden. Und ich glaube, dafür wird es jetzt wirklich mal Zeit. Und ich finde, Jugendliche sollten sich auch politisch mehr beteiligen können. Vielleicht jetzt nicht durch ein Wahlrecht, sondern das auch, aber vor allem mit in die Gremien rein, eine Jugendquote zu schaffen. Da das Problem ist, selbst wenn Jugendliche jetzt das Wahlrecht bekommen würden, gibt es immer noch wenige, die sich beteiligen oder die halt eben dann wirklich auch von dem Stimmenanteil her wirklich zu Wort kommen können und was bewirken können. Sie gehen unter. Und das sollte nicht mehr passieren. Wir müssen die Jugend, also das Recht der Jugend stärken und auch die Stimme der Jugend wieder bekräftigen und auch ihr Kraft geben. Ja, danke, Lars. Du hast auch gerade angesprochen, das Thema Stärkung von Kinder- und Jugendpsychiatrien und Angeboten. Frau Mauer, haben Sie denn da schon auch Wünsche von der Psychotherapeutenkammer an die Politik oder auch an uns Grüne oder an was da machbar wäre oder was da nächste Schritte wären? Ja, da gibt es ganze Kataloge zu, aber ich würde gerne das aufgreifen, was Lars gesagt hat, was ich sehr berechtigt finde in vielen Punkten. Ich erlebe die jüngere Generation so als die, die mit Abstand größte Awareness für psychische Gesundheit hat. Also und schon deutlich weniger Stigmatisierung da ist und eine Riesenoffenheit. Trotzdem, wir haben das ja auch schon mehrfach angesprochen, es ist eine Frage, wie kommen Menschen an gute und zuverlässige Informationen? Und das gilt natürlich auch für Jugendliche. Und es ist schon, finde ich, es wäre unheimlich wünschenswert, auch gute Informationskampagnen zu machen. Wir haben während Corona gesehen, wie schlecht unser Public Health Sektor aufgestellt ist in Deutschland. Es ist zum Weinen, ehrlich gesagt. Und wir haben so viele gute Leute und wirklich da auch als Zielgruppe diese jüngere Generation noch mal ins Auge zu nehmen. Leider sind wir alle oft so alt und haben nicht so den Medienzugang und so, aber das könnte man ja gemeinsam hinkriegen, Lars. Das Ding ist natürlich, dann kommt direkt die nächste Frage, wenn man dafür Kampagnen macht, Informationskampagnen, dann muss auch der Zugang zu Psychotherapeutischer und psychiatrischer Versorgung möglich sein. Ich kann nicht informieren und dann sind die Wartezeiten ein halbes Jahr oder länger. Das heißt, das würde jetzt direkt in den Bereich des Gesundheitswesens fallen, endlich die Bedarfsplanung nachzubessern. Das ist auch alles unglaublich mühsam und langsam und es ist zum Weinen, aber wir bleiben alle dran und haben dann vielleicht jetzt auch noch mal bessere Argumente. Und ich möchte gerne noch einen dritten Punkt machen, weil der Herr Konrad mir da auch aus der Seele spricht. In der Psychotherapie ist es so, dass wir im Grunde bestimmte soziale Schichten überhaupt nicht sehen in den Praxen. Die haben keinen Zugang zu uns. Wir sind zu weit weg. Und in Deutschland ist alles so geregelt, bei den Ärztinnen genauso. Die müssen in ihren Praxen praktizieren und wir dürfen nicht rausgehen. Wir dürfen nicht in Schulen gehen. Wir dürfen nicht in Jugendhilfeeinrichtungen gehen oder nur in sehr, sehr begrenztem Umfang. Und das heißt, wir erreichen bestimmte Familien überhaupt nicht. Und zwar die Familien, die den meisten Bedarf eigentlich hätten. und das ist ein ungelöstes Problem. Vielen Dank. Ich hätte jetzt noch eine Frage an Katharina zum Thema Jugendbeteiligung. Und zwar auch, du hast ja die große Studie auch in Auftrag gegeben zur Jugendbefragung auch von eurem Ministerium. Und da kam ja auch raus, dass sich viele Kinder und Jugendliche noch nicht so mitgenommen fühlen, wie wir uns das auch wünschen würden. Und was sagst du jetzt als Jugendministerin auch? Lars hat es ja auch angesprochen, dass wir Jugendliche noch stärker beteiligen müssen, ihnen eine Stimme geben müssen. Was sind denn da deine Ideen und Konzept und Maßnahmen auch, die du als Jugendministerin angehen möchtest? Ja, also vielleicht noch mal ganz kurz zu diesem Punkt der Befragung. Auch da hat sich ja ein ziemlich differenziertes Bild ergeben. Und zwar haben wir ja gefragt, in welchen Lebensfeldern sich die jungen Menschen beteiligt fühlen oder das Gefühl haben, also dass sie mitmachen können, mitsprechen können, beteiligt werden. Und da sieht man wirklich so, das ist echt so absteigend gegliedert. Also das fängt die höchste Zustimmung in der Familie, dann so im Freundeskreis, in der Schule ist auch noch eine relativ hohe Zustimmung, dass sie sich da beteiligen können und mitsprechen können. Was ich eigentlich ein ganz interessantes Ergebnis fand, auch im Betrieb, in der Ausbildung sind die Zustimmungswerte da noch sehr hoch. Und ganz unten steht halt dann in der Kommune und in der Politik. Und ich finde, das muss einem schon sehr zu denken geben, weil das auch wirklich ganz, ganz eindeutige Ergebnisse sind. Und daraus müssen wir halt auch was machen. Ich bin eine ganz klare Verfechterin von der Senkung des Wahlalters, weil ich das auch einfach aus, also jetzt noch nicht mal mehr aus jugendpolitischen Gründen alleine, auch aus jugendpolitischen Gründen, aber auch aus demokratietheoretischen Gründen einfach für richtig halte. Das Wahlrecht ist ein Grundrecht und die Beschneidung des Wahlrechtes muss also sehr, sehr gut begründet sein. Und es ist mir einfach, es ist mir einfach nicht gut begründet, warum 16-Jährige, 17-Jährige nicht wählen dürfen. Das ist jetzt erst mal der Schritt, den wir gehen. Wenn der dann mal gemacht ist, können wir noch weiterreden, weitere Schritte. Aber erst mal diesen Schritt zu gehen, wäre schon ganz wichtig. Und das ist, finde ich, das hat schon auch eine große Wirkung, weil das natürlich Auswirkungen hat auf den gesamten Betrieb und auf die gesamte politische Landschaft und auch politische Debatte. Weil selbst wenn junge Menschen, das hast du eben richtig gesagt, natürlich zahlenmäßig, andere Altersgruppen nicht aufwiegen können, werden sie dann trotzdem auf einmal Wählerinnen und Wähler und werden auf einmal natürlich auch ganz anders betrachtet von Parteien. Es ist schade, dass es das braucht, aber es ist halt einfach mal so. Und deswegen bin ich eine ganz klare Verfechterin davon, das Wahlalter auch zu senken und dadurch auch zu einem früheren Zeitpunkt junge Menschen nicht nur sozusagen an die Wahlentscheidung heranzuführen, sagt man so schön, sondern sie natürlich auch früher aktiv in den politischen Prozess mit einzubeziehen. Ich glaube, wir brauchen aber noch mehr. Der Fred Konrad hat eben auch noch mal von der Bedeutung der Kommune gesprochen für die ganz konkreten Lebensumstände der Menschen. Es gilt eben auch vor allen Dingen für Kinder und Jugendliche. Und deswegen müssen wir vor allen Dingen auf der Ebene der Kommune Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und für Jugendliche auch ausbauen und auch befördern. Es gibt natürlich auch schon heute die Möglichkeit von Kommunen, dass sie Kinder und Jugendliche beteiligen. Das wird aber leider noch nicht so stark genutzt, wie ich das für richtig finden würde. Und es gibt auch einfach da noch Hürden, die wir gerne abbauen würden. Und deswegen müssen wir an dieses Thema auch ran. Und dann ist aber natürlich, ich bin Landesministerin, auch die Landesebene gefragt, noch mal zu überlegen, wie kriegen wir Kinder und Jugendliche stärker beteiligt. Wir haben jetzt einen Vorschlag im Koalitionsvertrag, den wir umsetzen wollen, nämlich einen Jugendbeirat einzusetzen. Das ist jetzt nicht der große Wurf, aber das ist der erste Schritt, auch als Landespolitik, Jugendliche mehr als eine Gruppe zu definieren, wo wir wirklich sagen müssen, die müssen wir anhören bei allen Dingen, die wir so tun. Wir müssen immer gucken, die Gesetze, die wir machen, die Entscheidungen, die wir treffen, wie wirken die sich auf Jugendliche aus. Und dazu soll eben dieser Jugendbeirat ein erster Schritt sein. Ich persönlich möchte aber jetzt nicht, dass wir sozusagen den x-ten Landesbeirat einrichten, in dem dann die sitzen, die auch in allen anderen Beiräten sitzen, sondern ich möchte das auch ein bisschen jugendfreundlicher machen. Das kann für mich zum Beispiel, das muss zum Beispiel gar kein feststehendes Gremium sein, wo wie gesagt auf fünf Jahre immer die gleichen Leute drin sitzen, sondern es gibt ja auch einfach spannende Modelle wie Bürgerräte, die funktionieren ja auch so, dass es immer rollierend ist und sowas könnte ich mir vorstellen, aber das ist sozusagen auch alles noch in der Planung, ja. Ja, vielen Dank, Katharina. Ich komme jetzt auch zu den Fragen, die uns zahlreich erreicht haben. Ich kann einmal schon mal sagen, uns haben sehr, sehr viele Fragen erreicht und es schauen noch sehr, sehr viele Leute draußen zu. Wir können jetzt aufgrund der verbliebenen Zeit nicht alle Fragen beantworten, aber wir versprechen, dass alle Fragen, die eingegangen sind, wo wir auch die Kontaktdaten haben, auf jeden Fall im Nachgang eine schriftliche Beantwortung bekommen. Das versprechen wir euch und auch schon mal vielen Dank für eure ganzen Fragen, die eingegangen sind. Ich habe jetzt eine Frage an Katharina von Sophie Petri. Sie fragt, welchen Rat geben Sie als Ministerin Jugendverbänden im Umgang mit der Pandemie? Sollen wir mutig sein und Angebote anbieten oder lieber Schutz von Kindern und Jugendlichen vorziehen und auf digitale Tools zurückgreifen? Ich glaube, dass sich das nicht ausschließt unbedingt. Und das ist ja genau das, woran wir eigentlich immer wieder arbeiten und wo wir auch versuchen, Hilfestellung zu geben. Also wir brauchen Angebote für Kinder und Jugendliche, die stattfinden in Präsenz, aber die müssen natürlich sicher sein. Also Infektionsschutz ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema nach wie vor. Und ich glaube, es gibt auch, also zum Beispiel das Hygienekonzept, was wir erstellt haben für Jugendfreizeiten, das zeigt auch eben den Weg auf, wie man solche Dinge auch sicher durchführen kann. Und es gibt Hygienekonzepte, die das ermöglichen. Und deswegen bin ich da eine ganz klare Verfechterin davor, wirklich auch Sachen stattfinden zu lassen, aber natürlich mit den notwendigen Schutzmaßnahmen, die es braucht. Aber das ist, glaube ich, auch wirklich möglich. Vor allen Dingen, wenn wir halt wieder Richtung Frühling, Richtung Sommer gehen. Weil momentan ist natürlich diese Hochinzidenzphase, diese Omikron-Welle, da ist es super schwierig, was zu planen. Das kann ich verstehen. Das geht uns allen ja so. Aber ich denke mal, wenn wir Richtung Frühjahr, Sommer gehen, dann muss es einfach wieder ganz viele Angebote auch geben. Und ich glaube, das ist dann auch hoffentlich möglich. Super, vielen Dank. Es hat noch eine weitere Frage uns erreicht, und zwar im Vorfeld von der Sportjugend Rheinland-Pfalz, die auch explizit fragen, welche Möglichkeiten es im Sport gibt, sage ich jetzt mal, die Corona-Maßnahmen und die Einschränkungen aus der Corona-Pandemie auch zu kompensieren und welche Rolle alle Diskutanten und Diskutantinnen und Gäste im Sport sehen und vor allem in den Angeboten ja von Sportvereinen an Jugendliche und Kinder. Fred und Katharina, Fred hat sich schon mal gemeldet dazu. Ich hatte ja schon gesagt, dass die motorische Entwicklung einer der Bereiche ist, die bei kleineren Kindern ganz besonders betroffen sind. Wir haben ja auch die Daten vom RKI auch betreffend die Gewichtszunahme während der Corona-Zeit. hier haben wir zwei Bereiche, die ohne ein ausreichendes Bewegungsangebot überhaupt nicht anzugehen sind. Und ich spreche mich vor dem Hintergrund der derzeitigen Situation, wenn es keine neue Variante geben sollte bis zum Sommer, die jetzt Kinder und Jugendliche in einer stärkeren Weise betrifft als jetzt, spreche ich mich eindeutig dafür aus, zunächst einmal diesen ganzen Bereich zu normalisieren. Die These, dass eine hohe Inzidenz in den Sommerferien dazu führt, dass wir im Herbst eine höhere Welle haben, hat sich nicht bestätigt. Sie bestätigt sich aus dem Grund nicht, weil ein exponentielles Wachstum immer dasselbe ist, nur der Unterschied am Startpunkt ist zeitlich und nicht quantitativ. Und das ist insofern, weil ein exponentielles Wachstum immer eine bestimmte Verdopplungszeit hat und Verdopplung bedeutet, dass es relativ, ab einem gewissen Punkt relativ schnell geht und ob ich jetzt eine Inzidenz im September erreiche oder im August, hat auf die Inzidenz im November auch nur den Einfluss, dass man vier Wochen früher oder später ist. Wir sehen das jetzt im Vergleich zu den europäischen Nachbarländern ganz einig. Im Sommer und im Frühjahr, wenn die Omikron-Welle so abäppt, wie es jetzt prognostiziert wird, die sportlichen und Bewegungsangebote für Kinder und Jugendliche komplett freigeben. Ich denke, so wie wir jetzt die Schulen handhaben, ist das die absolut logische Folge. Das muss jetzt gerade, was den Indoor-Sport angeht, nicht unbedingt bis Anfang März passieren, aber danach gehe ich davon aus, dass wir diese Beschränkungen komplett aufheben können. Das Zweite ist natürlich, wie bringe ich dann die Menschen, die sich da engagiert haben, die Ehrenamtlichen, wie bringe ich sie zurück in das Engagement der Vereine? Ich glaube, da bedarf es jetzt einer jetzt zu planenden Informations- und Werbekampagne, die Leute aufzurufen, die sich vor der Pandemie eingebracht haben, sich auch wieder einzubringen. Das wird eine Riesenaufgabe. Wir sehen das hier nicht nur im politischen Bereich, sondern auch gerade im Freizeitbereich, wo sich Leute zurückgezogen haben, weil einfach nichts mehr für sie zu tun war, weil es schlichtweg verboten war, dieses Angebot weiterzuführen. Die müssen wir wieder zurück, die müssen wir wieder zurückholen, und die müssen wir gezielt ansprechen, dass die Menschen, die vorher ehrenamtlich im Freizeit- und Sportbereich engagiert waren, sich wieder engagieren. Und der letzte Punkt ist, dass wir auch die Vereine anerkennen und stützen. Wir haben ja jetzt Entlastungen gehabt in den Vereinen, dadurch, dass sie die Vorstände nicht unbedingt zeitgerecht nachwählen mussten und Ähnliches, dass man aber jetzt nicht die Vereine mit dem Rückgang der Pandemie mit irgendwelchen bürokratischen Dingen beschäftigt, sondern da wirklich dafür sorgt, dass sich die Vorstände darum kümmern können, dass die Aktionen, dass die Aktivitäten wieder stattfinden. Noch eins zu eben, was du gesagt hast, Katharina, deswegen hatte ich mich eben schon mal kurz gemeldet, wir müssen auch von dem Begriff der Beteiligung, den müssen wir auch mit Vorsicht, das klingt jetzt klugscheißerisch, aber ist nicht so gemein. Viel wichtiger ist die Teilhabe, weil die Teilhabe ist zunächst mal ohne Voraussetzung und ist ein Zeichen für ein sogenanntes inklusives Gemeinwesen, das jeden mitnimmt und das jeden die Zugangsmöglichkeiten gibt. Beteiligung gibt es ein Aktiv und ein Passiv. Also es wird jemand beteiligt, der Beteiligte oder die Beteiligte ist die Passive dabei und die Aktive ist die oder der, die Beteiligten. Das führt dazu, dass wir Strukturen haben, die die letztendliche Entscheidung treffen und dass zum Beispiel Kinder- und Jugendbeiräte in vielen Fällen weder auf das Budget einen Einfluss haben, sondern eben nur angehört werden und dann machen die Älteren wieder das, was sie wollen. Und da ist, glaube ich, der Begriff Teilhabe, also gesellschaftliche Teilhabe, sowohl was diese politischen Beteiligungsprozesse angeht, als auch das Alltagsleben, das müssen wir analysieren und für wen steht das offen und für wen nicht, weil wenn wir das öffnen, dann wird die Gesellschaft als Ganzes auch resilienter, also abwehrfähiger gegen künftige Krisen. Und das stärkt auch das Zusammenhaltsgefühl und ich glaube, das ist das, was wir nach der Krise auch brauchen, um die nächste Krise vorzubereiten, um aus diesem Modus rauszunehmen. Also zwei Dinge, mehr Teilhabe und die Beteiligung als Teilhabe verstehen und das Zweite ist, die sportlichen Aktivitäten ab März komplett freigeben, wenn sich die Omikron-Welle so entwickelt, wie es jetzt abzusehen ist. Alles andere wäre wissenschaftlich evident, nach den jetzigen Daten nicht nachzuvollziehen. Vielen Dank. Ich habe eine weitere Frage an Frau Mauer. Gibt es ein Verzeichnis von Schulpsychologen, Schulpsychologinnen in Rheinland-Pfalz, die sich mit unterstützter Kommunikation auskennen? Das weiß ich tatsächlich nicht, weil ich für die Schulpsychologin sozusagen qua Amt nicht zuständig bin, nur für Psychotherapeutin, aber ich würde direkt beim Schulpsychologischen Dienst in Rheinland-Pfalz anfragen, wer die Frage hatte. Die werden sich ja gerne weiterhelfen. Okay, das geben wir so zurück. Lars, du hattest dich auch noch gemeldet zur Frage davor. Ja, ich wollte einfach nur anmerken, dass ich Fred da vollkommen eigentlich zustimme. Ich finde, es ist wichtig, dass Jugendliche sich sportlich auch wieder beteiligen können und ihre alten Hobbys wieder aufnehmen können, wobei ich aber auch Verständnis für die habe, die jetzt zum Beispiel Großeltern zu Hause zu Hause haben und da halt eben eine Infektion droht und dass darauf trotzdem irgendwie Rücksicht genommen werden sollte. Allgemein sehe ich es aber für wichtig, dass man versucht jetzt diese Einschränkungen, die wir haben, bei so einer hohen Inzidenz, die sich weiterhin immer weiter, also die ist ja unaufhaltbar, egal wie viel wir jetzt einschränken werden, da stellt sich halt eben mir die Frage, wenn es jetzt nicht mehr aufhaltbar ist, dann lohnt es sich noch, das Ganze so jetzt hinaus zu zögern, was nicht mehr voraus hinauszögerbar ist, richtig. oder ob man es jetzt schnell hinter sich bringen will und dadurch halt eben psychische Schäden entlastet und die, die davon eine Gefahr haben, halt eben zu Hause bleiben und ja, ist jetzt nur so eine allgemeine theoretische Frage, ja, die ich mir gestellt habe. Ja, wir wären jetzt so langsam am Ende angekommen, aber es haben alle noch die Möglichkeit, jetzt ein Schlussstatement abzugeben und dann würde ich nämlich an den Josef Winkler übergeben, der dann auch nochmal ein Resümee zieht und in die Verabschiedung unserer ZuschauerInnen geht und ich würde mit dem Schlussstatement jetzt anfangen bei Fred. Jetzt geht's. Ich will einfach nur nochmal zusammenfassen. Die Krise ist, trifft wie die Krisen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben oder in diesem Jahrzehnt erlebt haben oder anderthalb Jahrzehnten erlebt haben, vor allem Menschen in prekären Verhältnissen, Menschen mit einem schwierigeren Zugang zu gesellschaftlichen Abläufen aufgrund einer anderen Muttersprache oder eines bisher nur kurzen Aufenthaltes in unserer Gesellschaft und Menschen mit anderen Barrieren, also Menschen mit Behinderungen. Und das eigentliche Konzept, um mit diesen Krisen umzugehen, ist neben den einzelnen Punkten, die ich genannt habe, Stärkung der Kinder- und Jugendhilfe, Verbesserung der Finanzierung der Kinder- und Jugendhilfe, Klärung der Aufgaben der Sozialpädiatrie und Frühförderung und Unterstützung der Niederlassung ausreichender Kinder- und jugendlichen Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, ist darüber hinaus, glaube ich, diese Professionen stärker an einen Tisch zu holen und Barrieren abzubauen, die in den verschiedenen Versorgungssystemen künstlich aufgebaut sind. Das betrifft jetzt zum Beispiel die Ärztinnen und Ärzte, die beispielsweise in einer Schule nicht tätig werden dürfen, außer im Notfall. Also ich darf zum Beispiel nicht eine Schule aufsuchen, als praktizierender, niedergelassener Arzt und da Kinder untersuchen, die sonst nicht zur Vorsorge kommen. Selbst wenn die Eltern zustimmen, ist das kein Bereich, der vorgesehen ist, weder der Arbeitsplatz noch die Berufsvorbereitung. Das ist eine völlig unnötige Barriere, die natürlich, wie bei den Jugendvorsorgen, die Familien, die einen guten Zugang haben und regelmäßigen Zugang haben zu Gesundheitsleistungen überhaupt nicht betrifft, aber die Familien, die da einen eingeschränkten Zugang haben, entweder aufgrund des sozioökonomischen Status oder der Sprachbarriere, für die stellt das ein Problem dar. Warum sage ich Interdisziplinarität und Multiprofessionalität, also die Zusammenarbeit zwischen Kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten, sozialpädiatrischen Zentren, Kinder- und Jugendhilfe und Kinderärztinnen, Kinderärzten und anderen Professionen wie medizinische Therapeutinnen und Therapeuten, die beschränkt sich nahezu auf die eingerichteten Netzwerke, lokalen Netzwerke. Darüber hinaus besteht dafür kaum eine Ressource. Ich sage mal, wir Ärztinnen und Ärzte haben unsere Qualitätszirkel, dann haben wir unsere Treffen, die jetzt fachbezogen sind, zum Beispiel Qualitätszirkel, Aufmerksamkeitsstörungen, wo dann auch Kinder- und jugendlichen Psychotherapeuten, Ergotherapeuten und alle Professionen an einem Tisch sind. Aber dass die Arbeit insgesamt multiprofessionell und interdisziplinär organisiert wäre, das ist völlig unterbelichtet. Und das führt dazu, dass wenn alle Bereiche hohe Wartezeiten haben, Frau Mauer hat das schon angedeutet, da geht es nicht um einen Monat oder zwei Monate, wenn ich bei einem Kind feststelle, das hat eine Entwicklungsstörung und soll in anderthalb Jahren in die Schule aufgenommen werden. Da geht es tatsächlich dann um ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr. Und dann gibt es noch mal eine Wartezeit zur medizinischen Therapie, weil falls die empfohlen wird, dann ist das Kind halb in der Schule, bevor überhaupt was passieren kann. Und da muss tatsächlich, müssen die Versorgungswege, das ist ein wichtiger Begriff, die müssen betrachtet werden. Und da muss, das ist auch tatsächlich eine Aufgabe in meinen Augen der Landesregierung, weil hier sind zwei Ministerien, die sich das, drei Ministerien, die sich das aufzuteilen haben, das Bildungsministerium, das Gesundheitsministerium und das Familienministerium. Und in meinen Augen wäre es eine Selbstverständlichkeit, weil die Familie das Zentrum davon ist, in dem die Kinder ihre Hauptlebenswelt haben, dass das Familienministerium hier eine koordinierende Funktion inne hätte, die auch von den anderen Ministerien akzeptiert wird. Das heißt also, dass ein gewisser Anspruch darauf sein sollte, dass die Familien Hilfe im Gesundheitssystem und im Bildungssystem bekommen, eben weil dieses Kind innerhalb seiner Familie in dem System aufgehoben und gefördert und geschützt sein muss. Das ist jetzt ziemlich weitgehend und es ist ja auch klar, warum ich das so sage. Sehr lang für ein Schlusswort. Genau, vielen Dank, Fred. Ich würde jetzt Lars für sein Schlussstatement das Wort geben, aber bitte kurzfassen, weil wir müssen auf jeden Fall um Kurzfragen fertig werden. Ich versuche mich kurz zu fassen. Ja, eigentlich, also was sich jetzt für mich ergeben hat, ist, um das jetzt nochmal festzuhalten, die Jugend leidet psychisch, denke ich jetzt persönlich, mehr als körperlich und wir müssen da unbedingt nachrüsten und aufbauen, was Psychologenhilfen, Anstalten angeht und auch den Zugang und die Information dazu, zur Hilfe. und das jetzt möglichst zeitnah, denn ich denke, solche Probleme sollte man auf keinen Fall aufstauen. Das, ja. Ja, ich finde, ich bin dankbar an dieser Stelle jetzt erstmal, dass ich eingeladen worden bin und dass hier auch die Jugendlichen ein bisschen zu Wort kommen konnten und ich freue mich über die ganzen Fragen, die gestellt worden sind und dass so viele Leute online sind. Schöne Grüße an euch alle und passt auf euch auf. Ja, vielen Dank, Lars. Und dann würde ich an Frau Mauer abgeben für ihr Schlussstatement. Ja, ich mache es auch kurz. Ich kann vielen zustimmen, was Herr Konrad schon gesagt hat. Ich bin froh, dass psychische Gesundheit überhaupt mitgedacht wird. Das ist meiner Meinung nach ein Novum. Das wäre noch vor 10 oder 15 Jahren, glaube ich, nicht so gewesen. Das ist eine gute Entwicklung. Aber wir müssen dann jetzt auch in die Pötte kommen. Bessere Versorgung, besseren Zugang, bessere Prävention. Und da freue ich mich, dass wir eine Landesregierung haben, die das auf der Agenda hat und dann hoffentlich auch umsetzt. Danke. Ja, vielen Dank, Frau Mauer. Und jetzt das Schlussstatement von unserer Familienministerin Katharina. Ja, danke. Ich kann auch ganz viel zustimmen, was jetzt bereits gesagt wurde. Und ich würde dem Fred einfach sagen, wir müssen uns nochmal austauschen über die ganzen Dinge, die du vorgetragen hast und dann einfach mal gucken, was wir daraus machen. Und ich glaube auch, es muss tatsächlich jetzt irgendwie vorangehen an dieser Baustelle. Deswegen habe ich es auch am Anfang gesagt. Also die Veränderungen im Gesundheitsbereich, die sind ja auch immer extrem langwierig. Und bis sich da mal was bewegt oder auch mal was fertig umgesetzt ist, das dauert so lange. Aber ich glaube auch, dass wir die Zeit momentan einfach nicht haben, um das aufzufangen, was jetzt in dieser Krise auch einfach passiert ist. Und deswegen kann ich das nochmal wiederholen. Ich habe da auch eine große Sympathie für, erst mal vorübergehend andere Lösungen zu finden, um die psychische Versorgung da auch zu verbessern. Und ich glaube, darüber hinaus ist es, wie gesagt, mein Ansinnen und mein Ziel, das zu tun, was wir mit meinem Ministerium machen können, um wirklich die Umstände für Kinder, für Jugendliche, für Familien, aber natürlich auch in dieser Pandemie so gut wie möglich zu machen. Und auch wirklich Richtung Sommer hin wieder dafür zu sorgen, dass es möglichst viele Dinge gibt, die auch stattfinden können, wo Jugendliche sich dann auch wieder begegnen können, wo Kinder toben können, wo Familien auch irgendwie mal zur Ruhe kommen können. Und natürlich nach wie vor, und das ist vielleicht heute gar nicht zur Sprache gekommen, normalerweise ist es ja irgendwie immer das große Thema, auch nochmal dafür zu werben, dass sich auch geimpft wird, dass auch Kinder und Jugendliche geimpft werden. Dann stellen sich nämlich bestimmte Fragen auch nicht mehr so dringend. Und das ist mir nochmal ein ganz großes Anliegen, das zu sagen. Und ja, und halt wie gesagt, auch die Gesellschaft, ich finde, der Fred hat eben nochmal einen wichtigen Punkt gemacht mit den Vereinen. Also das ist ein ganz, ganz großes Thema, was uns auch blüht, ja, das ganze Thema Ehrenamt. Wie wird eigentlich diese ganze zivilgesellschaftliche Struktur, die wir brauchen, die wir staatlicherseits auch überhaupt nicht aufbauen können, ja, dieses Netz können wir gar nicht als Staat schaffen. Wir brauchen dafür die Zivilgesellschaft, wie man so schön sagt. Aber auch um die müssen wir uns jetzt nochmal kümmern, dass die einfach wieder ins Laufen kommen. Das ist jetzt ein ganz anderer Bereich, aber als Kulturministerium machen wir da auch was, um die Vereine wieder ins Vereinsleben reinzubringen. Und das gilt aber für alle anderen ehrenamtlichen Bereiche eben auch, weil wir auch da, glaube ich, das ist auch der Schlüssel, um wieder einen gesellschaftlichen Zusammenhalt zu schaffen, der ja auch an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen brüchig geworden ist in den letzten zwei Jahren, was man an schlimmen Diskussionen merkt, die im Internet geführt werden, an aufgeheizten Debatten, aber auch daran, dass sich Menschen halt einfach auch sehr zurückgezogen haben in dieser Zeit. Und ja, das war's. Ich war's doch nicht so kurz. Alles gut. Vielen Dank, Katharina. Und dann auch von meiner Seite vielen Dank an die sehr konstruktive und auch sehr tiefgehende Diskussion. Und ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Josef Winkler, unseren gesundheitspolitischen Sprecher, auch für sein Resümee und er würde dann auch noch mal alle Gäste draußen verabschieden. Ja, vielen Dank, Fabian. Vielen Dank an alle, die sich hier heute Abend geäußert haben und beteiligt haben und auch die Fragen gestellt haben. Wir hatten ja schon gesagt, dass wir die Fragen, die jetzt nicht aufgerufen werden konnten, soweit wir sie einer Mailadresse oder einer Person zuordnen können, dann auch noch beantworten werden im Nachgang. Die Grüne Fraktion hat vor, sich dem Thema weiter zu widmen. Also nicht nur dem Aspekt der psychischen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen, sondern auch allen möglichen weiteren Belastungen oder Herausforderungen, von denen Kinder und Jugendliche in Corona-Zeiten und auch danach noch stehen. Und wir haben eine ständige Arbeitsgruppe dazu eingerichtet, die sich auch noch andere Veranstaltungsformate oder Themen für Veranstaltungsformate überlegen wird und auch schon Überlegungen angestellt hat. Das war heute der Startschuss, wenn man so will, zu diesem besonderen Thema. Und wir nehmen viele von den Anregungen mit. Fred, bei der konkreten Umsetzung, das weißt du selber, da hapert es manchmal in der Schnelligkeit. Wir geben uns Mühe, wir lassen nicht locker. Wir versuchen schon, die Dinge, die im Koalitionsvertrag angelegt sind, auch umzusetzen und jetzt aber eben speziell auf die Belastungen einzugehen, die Kinder und Jugendliche haben. Und wir haben ja heute nur eine ganze Reihe von Aspekten, aber wir haben ja auch eine ganze Reihe von Aspekten nicht so genau betrachtet, wie jetzt zum Beispiel im Bildungswesen, was heute nur bestreift wurde, der Sport und so weiter und so fort. Also, wir werden uns dem weiter widmen. Nochmal vielen Dank, Katharina, Lars, Fred, Frau Mauer, für die interessanten Einblicke und Ausblicke und wir sehen und hören uns dann in anderer Zusammensetzung wieder und ich bedanke mich auch bei allen, die zugeschaut haben und dann damit verabschiede ich sie dann und mich auch in den weiteren Abend. Wiederschauen.